Hallo, wunderschönen guten Abend bei der Live Art Session 53. mit Stefan Nützl, steht zumindest auf dem Ding drauf, auf dem Anfangsbild. Stimmt aber gar nicht, weil das ist nicht Stefan Nützl, sondern Vinzenz Schüller. Hallo? Die Präliminarien sind diesmal kürzer als sonst. Ich habe keine Hausübung gemacht. Es gibt hier einen wichtigen Link zu einem PayPal-Konto, wo wir uns freuen würden, wenn er uns unterstützt. Es gibt natürlich auf Instagram und auf Facebook diverse Möglichkeiten, den Stefan zu unterstützen. Es gibt auch Leute, die schon unterstützt haben. Ich mache das jetzt wirklich voll schnell, weil du bist jetzt gleich irgendwie voll wichtig und erzählst volle viele Sachen. Und deswegen möchte ich mich im Namen von Stefan und von mir und von Vinzenz auch bedanken, für die, die uns letzte Woche unterstützt haben. Das sind der Serudin, die Ursula, Maike, Gundl, Axel, Sabine, Britta, Martin, Barbara, Dennis und Timo, Norbert, Anne-Margret, Renate, Lutz und Regina. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Den PayPal-Link, den gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Nützwoch, wo ich mich freue, wenn ich euch reinlassen kann und wenn ich sehe, was ihr so alle malt. Es kann losgehen, schreiben auch schon die Leute im Chat. Guten Abend nach Wien und herzlich willkommen dem Gastdozenten, schreibt Meistersinger. Ja, lieber Gastdozent, nun habe ich mich ans Zeichnen gewöhnt und nun wird wieder gemalt, schreibt Christian S. Ja, heute wird gemalt. Heute wird gemalt. Heute wird gemalt. Ja, lieber Vinzenz, erzähl... Ja, also erst einmal vielen lieben Dank für die Einladung. Lieber Ralf, lieber Stefan, Stefanie hat einen Termin, hat ein Konzert. Ja, 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 der Stefan hat einen wichtigen Termin. Darf ich das sagen? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau. Okay, egal. Es ist, glaube ich, kein medizinischer Termin, deswegen kann man das einfach so sagen. Okay. Er wird dann, glaube ich, später dazustoßen. So genau, wie man das auch... Ja, ja, ich glaube, zu lange lasst er uns nicht hier allein. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Vinzenz Schüller. Ich bin Maler, ich lebe aus Wien tatsächlich und bin auch hier geboren. Lebe und arbeite hier und meine Laufbahn ist als Maler noch relativ jung, entgegen meinem fortgeschrittenen Alter. Ich habe, ich war viele Jahre, also 25 Jahre kann man fast sagen, war ich zunächst Illustrator. Also ich bin ausgebildeter Werbegrafiker, war dann Illustrator, habe dann viel, war dann eben selbstständig und habe in der sehr viel für die Werbung gemacht. Und ja, für mich dann vor ein paar Jahren, also vor ein paar Jahren habe ich dann einfach eine Veränderung gebraucht und habe mich wieder, wieder, weil ich habe schon nicht ganz jung war, wie wir vielleicht viele von uns auch schon gemalt oder gezeichnet gemalt, immer schon eigentlich. Und bin dann wieder zur freien Malerei gekommen, zunächst mal so testweise, parallel zu meiner Arbeit als Illustrator und ja, habe dann unter anderem auch beim Stefan viel gelernt, hat mir sehr geholfen auf diversen Workshops und bin jetzt wieder nach vielen Jahren in der Illustration, in der digitalen Illustration und ich weiß nicht, was ich alles gemacht habe, bei der klassischen Ölmalerei angekommen, eigentlich. Ja, und meine Themen, meine Arbeit, ich weiß nicht, soll ich da was drüber sagen? Natürlich sollst du da was drüber sagen, aber sonst fragen die Leute im Chat danach. Genau, ja, also ganz kurz, es ist halt so, alles, mich interessiert der Alltag sehr, also der sogenannte Alltag. Alltag klingt einmal langweilig, klingt einmal eher fad, aber ich finde es halt sehr spannend, was einem draußen begegnet, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, es ist halt so wirklich mein direktes Umfeld, mein tägliches direktes Umfeld, das mich bewegt, das ich, an dem ich mich sozusagen abarbeite und das halte ich in meinen Bildern fest. Und mich interessiert halt alles, was mir begegnet. Also, sei es Menschen, Objekte, Szenerien, urbane Szenerien, ich bin ein Stadtkind und, ja, ich weiß nicht, also, ob es die Leute im Chat interessiert, aber ich werde mir auch noch mehr Bilder von mir herzeigen. Ja, bevor du das tust, glaube ich, müssen wir mal irgendwie anstoßen. Jösses, okay, ich kenne das Protokoll nicht. Ja, ja, das ist ein wichtiges Protokoll. Also, ich hoffe, du hast den Trinkspruch auswendig gelernt. Das ist ein... Das war das zweiseitige PDF, das wurde vor zwei Stunden geschickt. Ah, okay, das ist mir jetzt... Nein, natürlich nicht. Dazu bin ich jetzt zu nervös. Natürlich nicht. Lieber Chat, Prost, Prost, lieber Vinzenz, schön, dass du da bist. Danke, habe ich zu viel geredet? Ich weiß nicht, du musst mich durch diese Sendung führen. Um Gottes Willen, das muss ich jetzt auch noch, ich schaue ab und zu unhöflicherweise weg, weil ich da drüben den Chat habe und den Chat lese. Nein, ich habe mir eh schon viel vorgenommen und dazu kommen wir später. Ja, ja, dazu kommen wir noch. Ach so, trinken muss ich. Daniel Handling fragt, Brille immer gleich bei allen, ist das so eine Zwangsregel? Gute Frage, ich trage erst seit einem Jahr wieder Brille, ich habe davor Kontaktlinsen getragen, also, glaube ich, 30 Jahre lang und jetzt mit der altersweiten Sicht ist einfach eine Brille angenehmer. Aber ich war eigentlich, also viele kennen mich noch ohne. Ja, meine Brille hat das Christkind gebracht. Keine Ahnung, warum hast du Brille? Ich weiß es nicht. Meine Brille hat das Christkind gebracht. Ich bin stark kurzsichtig, tatsächlich, und muss das Ding leider tragen. Ich habe eine Brille, damit ich auf meine Uhr schauen kann und schauen kann, wir sind gut in der Zeit. Genau das ist ja für viele eine gewichtige Frage. Wie findet der Mahler sein Thema und wie nähert er sich ihm, schreibt Meistersinger. Ja, genau. Meistersinger schreibt zum Wohle, zum Wohle Meistersinger. Das Wohle Meistersinger, das Thema, die Themen begegnen mir. Also ich brauche mir gar nicht einmal allzu viele Gedanken darüber zu machen. Mache ich natürlich schon, aber... Ich habe so eine große Freude mit deinen Bildern, weil ich das alles so gut nachvollziehen kann. Werner Teuber schreibt, guten Abend und bleibt cool. Ja, wir kühlen uns mit Eiswürzen. Wir versuchen es. Naja, also für die fünf Leute, die nicht vorgestrebet haben und deine Bilder schon irgendwie in der Google-Bildersuche gefunden haben, glaube ich, wäre es sicher interessant, wenn du da ein bisschen was herzeigen würdest. Ja, wenn du irgendwie ein bisschen was herst. Also wir gehen jetzt einfach schnell durch ein paar Bilder durch, damit die Leute einfach eine Idee haben. Lieber Chat, falls ihr irgendwelche Fragen an den Vinzenz habt, dann bitte sehr gerne. Schreibt es trotzdem adstephannützl, damit das im Chat für mich hervorgehoben ist und ich das auf jeden Fall gleich sehe. Und wenn du bereit bist, dann schalt mal um auf dein iPad. So. Natürlich. Also hier ist zum Beispiel ein Bild. Ja, ich bin... Wir haben ein Querformat im Screen und ich habe sehr viele Hochformate. Es ist jetzt einfach technisch nicht anders gegangen, dass wir jetzt sehr viele Hochformate sehen, die da nicht gut reinpassen. Also ein Bild, das ich vor kurzem gemalt habe und das aber, glaube ich, ganz gut in die Linie passt von Bildern, die ich ganz gerne mache. Eine alltägliche Szene. Also in dem Fall ist es gar nicht einmal in Wien, aber es ist eigentlich auch egal. Also ich interessiere mich für tagtägliche Vorgänge und finde es einfach interessant, was einem begegnet. Also zum Beispiel, sei es jetzt Barszenen oder... Das ist auch so ein Thema, das sitzt leider auch nicht gut drinnen, das ist jetzt ein bisschen klein. Das ist Wien. Also das ist... Was soll ich sagen? Ich mag Natur schon auch, aber die Spuren der Zivilisation müssen für mich sichtbar sein, weil ich es eigentlich anders nicht kenne. Also ich glaube, ich habe noch nie eine Landschaft gemalt. Museumsquartieren Wien, auch so eine typische Szenerie. Mich interessieren Menschen wie Objekte genauso. Also das ist eigentlich so ziemlich das Gleiche. Sehr interessieren mich auch eben Lichtstimmungen, also vor allem so die blaue Stunde, wenn man so in den Sonnenuntergang hineinkommt langsam, ist das einfach, finde ich es einfach faszinierend. Auch die Art und Weise, wie sich Lichter mischen, wie sich Lichter verändern, wie sie wärmer werden tagsüber und wie sie sich dann auch so mit künstlichem Licht, wie sie dann sozusagen sich kombinieren. Also mit den Autoscheinwerfern und so weiter. Also das ist ein Thema von mir, das ich immer wieder mache. Ja, auch Architektur und Design ist so ein Ding. Also ich finde, das kann schon so ein Motiv sehr aufwerten. Wenn man an einem Ort ist, der auch irgendwie liebevoll gemacht ist und architektonisch, dann macht doch das für mich viel her. Darf ich dich kurz unterbrechen? Es gibt nämlich da schon ganz viele Fragen. Meistersinger schreibt mal eine nicht ganz ernste Frage. Arbeiten bei der Wiener Stadtreinigung wirklich so viele Niederländer? Geistig voll dabei, schreibt tolle Bilder. Konstantin Sascha schreibt, wow, echt genial. Sehr kunstlich schreibt, könnt ihr bitte was über die Formate sagen, wenigstens ungefähr. Das ist uns schwierig einzuordnen. Ja, also das ist zum Beispiel 100 mal 100, also ein Meter mal ein Meter, dieses Bild. Das ist schon eins von meinen größeren Formaten. Ja, das auch, das ist so 140 mal, ich glaube 140 breit, 80 hoch war das, glaube ich. 70 mal 70, also, da war ich doch schon. Achso, nein, die sind gleich, auch 140. 70 mal 50, das ist so ein Format, das ich liebe. Das ist so, 70 mal 50 ist so, das steht vor dir und du hast es gut im Blick, musst nicht dauernd aufstehen und irgendwie ganz im Raum nach hinten gehen, um es als der Ganze zu sehen. Konstantin Sascha schreibt, wie lange malt der Vinzenz jetzt und wie hat er sich das angeeignet? Also, wie lange ich jetzt mal, ja, solange es geht, unser Stream. Nein, nein, ich glaube, wie lange ich jetzt schon mal. Wie lange du jetzt schon ernst hast. Also, Ölmalerei in dem Sinne, wie ich es jetzt mache, mache ich erst seit ein paar Jahren. Das sind vielleicht so fünf Jahre. Ich muss aber halt schon dazu sagen, dass die zeichnerische Komponente, die es bei der Malerei ja auch gibt, also in der gegenständlichen Malerei gibt es für mich auch immer eine zeichnerische Komponente, also die richtige Perspektive und wie ein Objekt einfach ausschaut und wie Licht und Schatten funktionieren, das habe ich natürlich in meiner Arbeit als Illustrator, als Herberillustrator mir natürlich angeeignet, in 25 Jahren, muss man schon sagen. Ja, auch wenn ich jetzt in einer völlig anderen Technik arbeite, aber Techniken zu wechseln, ja. Also, ja, wie gesagt, zu den Formaten, einmal ein Meter, 80 mal 80 Zentimeter war das, glaube ich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, auch so ein Stadtbild, ein typisches. Ich bin ja wie Dutenmaler, habe ich bei der letzten Ankündigung. Ja, wir wollten ja noch einen Gondoliere. Ich sehe da eher Venedig und einen Gondoliere, aber okay. Gut. Daniel Händling schreibt, auf den Bildern ist niemand nackert. Natasche schreibt, wow, das Autobahnbild ist super. Danke. Konstantin Sascha, also das haben wir schon. Ja, niemand nackert, das kann noch werden. Also das ist... Wood Spirit schreibt, ich finde die atmosphärische Perspektive in den Bildern echt toll. Ja, genau, Vincent, ich mag die atmosphärische Dichte der Bilder und wie die Farben gegeneinander gesetzt sind. Top, schreibt Meistersinger. Oh, das schreiben viele Leute im Chat. Wow. Volker Pfaffenholz schreibt, Ed Vinzenz, ich muss mich mit deinem Werk beschäftigen, hast du einen Insta-Auftritt? Ja, genau. Ja, Vincent Schueller, also mit Müt, jeweils mit Z geschrieben, Vinzenz Schueller. Vinzenz, underscore oder zusammengeschrieben? Vinzenz Schueller zusammengeschrieben. Ich bin, ist auf Insta, ich bin leider nicht wahnsinnig gut in den sozialen Medien, ich poste immer wieder mal was, aber es ist... Stefan Nützel schreibt, Vinzenz Schueller, lieber Stefan, du bist bei einem Konzert und hörst alte Musik... Du hör lieber auf die Fiedl, in deinem Renaissance-Konzert. Vinzenz Schueller, und auf Facebook bin ich auch als Vinzenz Schüller, also ganz normal. Vinzenz... Ich versuche natürlich, mich zu verbessern. Ich habe mich verschrieben. Ich tauche immer wieder ab, ein paar Wochen, nein, ein paar Wochen nicht, aber immer wieder länger, weil, ja, keine Ahnung, ich bin ja nicht so eine Begabung. Ich gehe weiter durch meine Bilder, während du schreibst, glaube ich. Ja, 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 ja. Also, Bar- und Kaffeeszenen, und prinzipiell male ich sehr gern Frauen, lieber als Männer, aber ich kann auch einmal einen Mann abbilden. Auf jeden Fall sind es eben so dieses scheinbare Innehalten, diese Poesie der Dinge und Menschen, im Alltag drinnen, ist etwas, was mich interessiert. Das können auch Gegenstände sein, ja, in dem Fall. Oder schon wieder, ja, also, ich habe auch, ich habe eine Ausstellung gehabt, in der, ich habe bei der Wiener Abfallwirtschaft, bei den sogenannten, bei der M48, bei der Wiener Müllabfuhr, und da habe ich, ja, da gibt es halt einige Bilder, die ich da schon gemacht habe, weil nämlich einfach auch die Farblichkeit der Müllabfuhr und die Bewegung und auch die Bewegungsabläufe. Also, mich interessiert auch die Technik dahinter. Wir reden schon so viel, oder? Nein, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. Alles gut, alles gut. Interessiert mich auch für Technik. Also, man macht ja auch Karautenballett, oder die sagen selber Karautenballett, ja, ja. Nennen sie sich selber. Also, ganz generell, was einem so, wenn man in der U-Bahn ist, was einem generell so begegnet, an Lichtstimmungen, an perspektivischen Objektszenarien. Ist das ein Schnappschuss, oder ist das ein gestelltes Bild? Ja, auch eine gute Frage. Also, ich arbeite teilweise mit Schnappschüssen, und teilweise muss ich meine Bilder halt dann doch stellen. Also, arbeite ich mit Modellen zusammen, weil es anders nicht geht. In dem Fall ist das, glaube ich, sogar mal ein Schnappschuss gewesen. Also, ja, ich arbeite nach Fotografien, anders ist es nicht möglich. Ich bin zwar auch, ich war mit dem Stefan Plenär malen, ein paar Mal. Es ist zwar theoretisch möglich, sich auch mit der Staffelei so in die Stadt zu stellen und so abzumalen. Das haben wir auch gemacht. Aber du schaffst meistens kein größeres Format als jetzt irgendwie ein ganz ein kleines. Und wenn sich die Objekte bewegen, hast du halt natürlich auch ein Problem. Und deswegen helfe ich mir mit der Fotografie. Man muss halt ein paar Sachen beachten. Auf das komme ich dann noch. Wenn man nach Fotos malt. Ja, und im Grunde, das ist auch so ein Barbild von mir. Die Zeichnung auf der Wand ist aber nicht von dir. Nein, aber die war tatsächlich dort. Achso, du hast noch, was hast denn du jetzt eingeblendet? Ah, okay, ja, passt. Ich habe geistig voll dabei. Die Nackerten waren im LKW drinnen. Ich schreibe geistig voll dabei. Darf man fragen, welche Ölfarben verwendest du? Ja, ich glaube, dazu kommen wir später. Ja, besprechen wir. Machen wir. Ja, das ist, glaube ich, das letzte von dieser schnellen... Achso, ja, das habe ich auch noch. Ja, genau. Walli Forster fragt, hallo, Vinzenz, malst du nach Fotos oder montierst du deine Kompositionen? Sowohl als auch. Also ich male nach Fotos, ich male relativ frei einerseits nach Fotos, andererseits kommt es durchaus vor, dass ich meine Fotos vorher bearbeite, montiere, Sachen weg, rausnehme, hineinkopiere, weil ich einfach mit der Komposition, wie ich sie halt in der Natur sozusagen, wie sie mir begegnet, oft nicht einverstanden bin. Also da kommt dann auch so der Grafiker in mir durch, dass mir dann oft ein Laternenpfahl an der falschen Stelle steht und so. Okay, aber also kleine Korrekturen, das sind Korrekturen, dass die Komposition passt. Oder findest du auch dann wirklich einen LKW irgendwo hinein, obwohl er nie dort gestanden ist? Nein. Also ich bleibe schon bei der Wahrheit. Wobei es mir auch schon passiert ist, dass ich auf meiner Fotosafari schon einmal eine halbe Stunde oder eine Stunde an der gleichen Stelle gestanden bin, weil mir das Auto nicht gefallen hat. Weil noch kein Auto vorbeigekommen ist, das mir gefallen hätte, sagen wir so. Also es ist schon viel Arbeit auch. Also das darf man nicht unterschätzen. Also ich bin manchmal einen ganzen Tag fotografieren und komme mit nichts heim, weil einfach nichts dabei war, wo ich mir denke, das ist ein Bild. Also deswegen, es ist auch gar nicht einmal so easy. Das Orange der Müllabfuhr wirkt auf den Bildern wie das Rote Feuerwehr, schreibt Uwe Härtel. Woodspirit schreibt, Vincent, dein Stil gefällt mir sehr. Gundelbusch schreibt, boah, ist das schön. Meistersinger will von mir wissen, ob Stefan ein Kontrollfreak ist. Nein, ist er nicht. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Gina M.M. schreibt, ich mag deine urbanen Bilder sehr, bin auch ein Stadtkind aus Berlin und würde gerne sehen, mit welcher Technik du das auf die Leinwand zauberst. Ja, dazu kommen wir noch. Ja, ich versuche, so weit wie möglich. Gemalt sind die Bilder auf Leinwand? Die Bilder sind auf Leinwand, also ich male am liebsten auf Leinwand. Habe auch heute eine Leinwand da. Hat mir der Stefan netterweise zur Verfügung gestellt, eine sehr schöne. Meistersinger fragt, mal eine Frage zu den Fotos, die als Vorlage dienen. Wie groß wählst du die Abzüge, wenn du die Bilder zum Beispiel 100 mal 80 malst? Also ich muss gestehen, ich male vom iPad ab. Also ich lasse die, druck die gar nicht aus. Das muss nicht groß sein. Könnte man noch, ich habe jetzt einen Fotodrucker, habe ich noch nicht probiert. Müssen nicht so groß sein. Wer kunstlich schreibt, der Look ist so franzig, ist das Absicht oder kannst du dir keinen neuen Pinsel leisten? Ich glaube, das ist lustig gemeint. Sehr kunstlich schreibt immer lustige Sachen. Ich kaufe mir immer wieder neue Pinseln, aber sie franzen immer wieder aus. Aber zum franzigen Look komme ich vielleicht noch. Ist die Frage, was er da meint. Ich scrolle gerade wieder durch den Sprecherduch. Schaltest du, soll man die Bilder weiter zeigen? Ja, naja, solange wir irgendwie über die Bilder reden, denke ich, ist es gut groß. Okay, franziger Look, damit meint er wahrscheinlich das, was ich so, wenn ich so was ausgefranzig ist. Ja, das entsteht teilweise durch die Spachtel, mit der ich sehr gern arbeite. Andererseits verwische ich dann immer ganz gern auch wieder meine Spachteleien. Wenn mir die Kanten von der Spachtel zu hart sind und wenn ich etwas geblurrt haben will, sozusagen. Und dann habe ich so einen eigenen Fransenpinsel, den kann ich dann auch herzeigen. Gundl Busch schreibt, ich mag gerade das Fransige. Ja, super, dann würde ich vorschlagen, haben wir alle Bilder gesehen? Ich glaube schon, ja. Dann gehe ich jetzt in, dann... Ja, Konstantin Sascha fragt nämlich, wie lange brauchst du etwa für ein Bild, bis es fertig ist? Naja, so im Schnitt drei Sitzungen, würde ich mal sagen, zu je ein paar Stunden. Wenn es eine, unter Anführungszeichen, normale Größe ist, wenn es, wenn es wirklich ein großes Bild ist, so... Was ist wirklich ein großes Bild? Naja, so ein Meter, ein Meter vierzig mal zwei Meter fünfzig arbeite ich gerade an einem, so in drei Teilen, so ein Tryptichon. Da geht sich das einfach nicht aus, weil du so viel Material bewegen musst und so viel Farbe irgendwie und so, dass ich dann schon so eine Woche oder länger an einem Bild arbeite. Aber normalerweise sind es so, wir sind eigentlich im Schnitt immer drei Tage und da ist es eigentlich relativ egal, ob es klein oder größer ist. Kommt eher aufs Motiv an. Ja, und nicht so sehr auf die Größe. Annett Bayer schreibt, beeindruckende Bilder eines urbanen Künstlers. Ja, und es sind alle jetzt schon, es sind alle jetzt schon ganz, ganz, ganz aufgeregt, wie du denn, wie du denn malen wirst. Um Gottes Willen, okay, na gut. Naja, es schreiben da, es schreiben da schon mehrere Leute, dass sie sich dafür interessieren, wie du das jetzt, wie du das jetzt umsetzt oder wie du, wie du, wie du da herankommst. Ja, also schauen wir mal, ich habe mir ein paar Vorlagenbilder mitgenommen und versuche die halt jetzt, was hast du da jetzt gerade gesagt? Also jetzt gerade, ja, ja, wir sind groß zu sehen, das heißt, du kannst auf deinem iPad herumtun, ohne dass irgendjemand deine Dateistruktur heimlich kopiert. Ich habe mir auch wieder so ein Bild mit einem Müllabfuhrwagen rausgesucht, das ein bisschen kompliziert ausschaut. Ich habe so ein ähnliches schon einmal gemalt und ich hoffe, dass es auch hier funktioniert, aber ich weiß allerdings nicht, ob wir fertig werden. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt, kannst du das Bild ja mal herzeigen. Ich werde versuchen, ich werde es folgendermaßen machen. Weißt du was, ich gehe nochmal zum Tablet und dann sehen wir es nochmal in groß. Ja, also ich habe mir bei diesem Bild, also ich habe schon einmal so ein ähnliches Bild gemalt, da hat es funktioniert, da habe ich allerdings auch mehr Zeit gehabt. Was ich, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, wenn ich es nicht schaffe, das Bild fertig zu malen. Ich werde nur so in groben Zügen zeigen, wie ich dieses Bild anlege und dann schauen wir einfach, wie weit wir kommen. Ich sage noch ein bisschen was zu den Fotografien selber, die ich mir immer aussuche, also was es dann auch zu beachten gibt. Es ist ja so, dass man ein Foto, dass ein Foto ja nicht ein bisschen anders, also das menschliche Auge sieht ja anders als ein Foto. Also was einmal wichtig ist, ist, dass das Objektiv ungefähr 50 Millimeter hat, also dass es ungefähr so, dass es nicht so weitwinkelig ist. Mit dem Handy fotografiere ich ungern, weil es so weitwinkelig ist. Das ist ein bisschen weniger weitwinkelig, das ist eine Art Normalbrennweite, sagt man, und ein Fotograf versteht, was ich meine. Was mir bei dem Bild jetzt noch auffällt, auf die Schnelle, ist, dass es ein bisschen schief ist. Also ich würde es vielleicht noch ein bisschen, ich habe die Kamera nicht ganz gerade gehalten, ich würde es vielleicht noch ein bisschen gerader richten, wobei es normal ist, dass die vertikalen Linien ein bisschen stürzen, aber ich richte es mir trotzdem ein. Und was halt noch öfters der Fall ist, ist, dass, jetzt muss ich auf die Farbe gehen, wo habe ich das? Freistellen und drehen, ja, fertig, also fertig muss ich drücken. Oft ist es bei Fotografien so, dass die dunklen Stellen dann ein bisschen zu dunkel werden, und die hellen Stellen dann ein bisschen zu hellen, zu verglichen mit dem menschlichen Auge, wie man sieht. Das kann man natürlich hier noch ein bisschen anpassen, indem ich die Tiefen vielleicht noch ein bisschen heller mache. Vielleicht mache ich es so, ja. Deswegen ist es gut, wenn man mit einer gescheiten Kamera arbeitet, die sowieso mit Lightroom oder halt mit einer Fotoeditier-Software, die sowas kann. Ja, ansonsten, weiß nicht, schauen wir uns das Bild einmal an. Also es ist vom Lichtschatten, es ist eigentlich ziemlich im Schatten, dieses Bild. Warum es trotzdem hell wirkt, das ist diese Häuserfront, die man da links sieht, diese moderne, die ja wie ein Spiegel ist, im Grunde. Und auf der rechten Seite, auf die Häuser, fällt Licht. Das kann man vielleicht auch noch irgendwie, das kann auch noch, hoffentlich, noch ein guter Effekt sein. Eigentlich ist es eine Zentralperspektive. Also wir haben einen Fluchtpunkt in der Mitte, zumindest was die ersten beiden Häuser betrifft. Also dieses moderne Haus und das Haus dahinter. Die beiden weiteren Häuser da hinten, es ist nun mal so, das ist die Margaretenstraße, die eine Kurve macht, die hätten den Fluchtpunkt dann wieder woanders. Aber im Grunde kann man eigentlich, was ich jetzt, also gut, was ich jetzt machen würde, nachdem ich mir einmal angeschaut habe, womit ich es hier zu tun habe, würde ich einfach einmal eine Vorzeichnung machen auf der Weinmann. Bevor du das tust, ein paar Sachen gibt es natürlich schon wieder. Vinzenz, du kannst, wenn du willst, das fertige Bild auf Instagram posten. Und schreibt Woodspirit und Gina MM schreibt, wenn es nicht fertig wird, musst du halt nochmal kommen. Meistersinger schreibt, zum Verständnis, die Fotos werden mit einer Kamera gemacht und auf dem iPad betrachtet. So ist es, gell? Ja. Konstantin Sascha schreibt, 100 Zuschauer und nur 39 Likes, das geht nicht. Ja, stimmt. Aber inzwischen sind es schon 42, aber auch das sind noch nicht viele. Gundel Busch schreibt, warum gefällt dir das Bild, obwohl die Müllabfuhr so klein ist? Ich glaube, das ist schon... Weiß ich nicht. Ja, weil der Lieferwagen, da liegen es ja auch noch so gut. Es ist ja wirklich gar nicht so leicht, eine Vorlage zu finden, weil ich so ein Hochformattyp bin. Und weil es eigentlich zunächst geheißen hat, ich soll ein Körformat malen. Und dann haben wir einen Kompromiss gemacht, das ist mal mein Quadrat. Irgendwie wurde es jetzt dieses Bild. So, ja. Ich bin voll für dieses Bild. Ich probiere es jetzt einfach. Ja, so. Dann pass auf, dann gehe ich jetzt auf die Super Source. Und bevor alle Leute fragen, gehe ich von der Super Source gleich mal auf die Palette. Weil dann kannst du nämlich gleich einmal sagen, welche Farben du verwendest. Ach so, ja. Dann fragen die Leute nämlich nachher nicht. Und wir haben es jetzt gesagt. Also prinzipiell arbeite ich gerne mit einer reduzierten Palette und nehme nur dann weitere Farben dazu, wenn ich sie auch wirklich brauche. Beim Stefan habe ich gelernt, die reduzierte Palette mit blau-grün, blau-grün sag ich, blau-gelb-rot. Ja. Bin allerdings jetzt dazu übergegangen, zusätzlich zu diesen Farben vor allem auch ein, was sieht man jetzt? Ja, warte. So, so, jetzt sieht man es in groß. Okay. Also sonst, wenn du es da unten hinhaltest, wenn du es da unten hinhaltest, dann sieht man es groß. Okay, gut. Dann mach ich wieder die Palette. Also ich arbeite gerne mit, also ich arbeite prinzipiell mit mehreren Farben. Ja, also mit blau, mit blautönen, mit gelbtönen. Und habe aber gern auch ein braun, ein Siena gebrannt dabei. Weil die Kombination aus, was ist das jetzt, Ultramarienblau und Siena gebrannt, aber dieser speziellen Siena gebrannt von Winsor Newton zum Beispiel, die ist besonders, das Praktische ist, dass die sich am Farbkreis anscheinend gegenüberliegen, relativ weit, relativ genau. Glaube ich zumindest. Und das wird ein neutrales Schwarz. Es wird, wenn du sie zusammen mischt, ein Schwarz, also das, was ihr da unten seht, das sind diese beiden Farben zusammen, diese beiden Farben zusammen gemischt. Ja? Dieses Schwarz. Wenn ich das mit Weiß vermische, wird es ein Grau. Und wenn mehr von dem Siena drinnen ist, wird es ein warmes Grau, ein braunes, ein beiges Grau, ein braun, ein orange, mit einem orange Stich, ein warmes Grau. Und wenn mehr von dem Blau drinnen ist, wird es ein kühles, schattiges, blaues Grau. Und das ist, wenn man vor allem in der Stadt unterwegs ist, von so einem Motiven her, eigentlich ja. Und deswegen, ich habe mir das so angewöhnt, so zu arbeiten, und deswegen drücke ich mir jetzt einmal wirklich am Anfang nur diese beiden Farben auf die Palette, zusätzlich zum Weiß. Ich bin allerdings noch nicht so weit, dass ich die Farben verwende, ich hätte jetzt einmal nur dieses Schwarz genommen, für die Vorzeichnung, aber okay, ich mache trotzdem weiter. Ich drücke mir jetzt auch ein Weiß drauf. Nein, das mache ich erst nachher. Das mache ich erst, wenn ich zum Einblocken anfange. Ich fange jetzt einmal mit der Vorzeichnung an. So, dann gehen wir jetzt auf die Super-Source. Man sieht, das ist eine stinknormale 0815 Leinwand. Also, ich kann jetzt auch die Farbe neu mischen, ja. Ich nehme hier dieses Ultramarinblau, nehme das Sienna und mische das zusammen und habe eigentlich so eine Art Schwarz. Jetzt ist mir das natürlich für die Vorzeichnung ein bisschen zu dienen, da tue ich ein bisschen Monoöl drauf. Ich male mit Öl eigentlich, so, mache mir das flüssig, ja. Und jetzt mache ich mir so eine schnelle Vorzeichnung. Jetzt überlege ich mir als erstes bei so einem Stadtbild, wo circa der Horizont ist. Also, der Horizont ist, das sehen wir jetzt, gell, ja. Das kann ich eigentlich in dem Fall relativ leicht sehen, weil ich habe dieses moderne Haus mit diesen Rillen hier, ja. Also, diese Fensterrillen, ja. Da weiß ich, wenn die sich treffen, dort ist der Horizont und der Fluchtpunkt. Zumindest der Fluchtpunkt von diesem Haus, ja. Das weiß ich. Weiters weiß ich, der Fluchtpunkt ist ungefähr auf meiner Augenhöhe. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass dieser Mistkübelmensch da hier, der da steht, ja, dass der, ähm, dass der ungefähr so groß ist wie ich, ja. Und der steht auch am Boden wie ich, was anderes wäre es, wenn ich auf einer Leiter stehen würde, oder er. Nein, wir stehen beide am Asphalt, dass eigentlich der Horizont auf dem seiner Kopfhöhe sein müsste, ja. Auch wenn wir da keinen Horizont sehen, aber einen Horizont gibt es ja, gibt es ja überall, ja. Also muss der irgendwie, sagen wir mal, der ist hier, ja, irgendwo, ja. Und was weiß ich noch, ich habe hier, ich habe hier diese Häuser von Anfang ungefähr, man kann das jetzt genau abmessen, ja. Aber das mache ich eigentlich nie. Ich mache eher so Trial and Error, kann man sagen. Also ich mache, ich weiß, hier fängt es aus an. So, hier kommt es rein. So, jetzt hätte ich ganz gern schon langsam meinen Fluchtpunkt irgendwie von diesem Ding. Sag mal, der, der ist, der ist ungefähr hier, ja. Na, da mache ich meinen roten Punkt hin. Da kann ich meinen roten Punkt hin machen, so. Lieber, lieber Chad, liebes Atelier CHD, was ist das MHM-Syndrom? Ich habe nämlich am Gehlich das MHM-Syndrom bekommen. MHM-Syndrom? Ja. So, ich habe mir da jetzt meinen Fluchtpunkt hingemacht. Für die Fetischisten, es ist ein Cadmium-Rot-Hell. Ach so. Nein. Genau, zu den Cadmium-Farben kommen wir noch. So, so, ungefähr so, ne. So, und das erste Haus geht bis, ungefähr bis hier. Die Linien lasse ich einfach vertikal, die, die vertikalen Linien mache ich vertikal, so. Ich mache jetzt einmal ungefähr so eine Vorzeichnung. Hier ist das Haus Nummer zwei. Ich glaube, ich habe das Haus zu lang gemacht. Es ist übrigens so, dass ich mich dann oft noch irre und dann wische ich es wieder weg. Ja, also das ist einfach, das gehört einfach so dazu. So, hier ist diese Häuserzeile, wo die, also Perspektivkurs mache ich jetzt keinen. Nein, nein, nein. Der Fluchtpunkt dieser Häuser wäre auch am Horizont, aber weiter, aber da draußen, außerhalb vom Bild, ja. So, und dann habe ich hier diese Häuserzeile. Ja, da müsste eigentlich, die müssten, das müsste eigentlich auch zu diesem Fluchtpunkt gehen, ja. So, ja, ich meine, hier sieht. Ah, ich habe das M-Hm-Syndrom. Das M-Hm-Syndrom ist, wenn man zehnmal M-Hm sagt, unter einer Minute. Ja, das ist, ich habe mein Trinkspiel für euch überlegt. Ja, das heißt, dass du, dass das, dann haben wir hier die bagelnden Autos, so, da ist ein großes im Vordergrund, ja, so, dann ist er noch in kleiner Weise im Hintergrund. Ich bin da, ich habe da gerade ein bisschen zu viel Farbe auf dem Winsel drauf. Machst du dir, wenn du allein arbeitest, auch einen roten Fluchtpunkt? Manchmal schon, ja. Ja, okay, finde ich cool. Ja, du kannst dir alles wieder wegwischen, ja. So, warte mal, wo haben wir, wo steht denn jetzt ungefähr dieser Mistkübelwagen? Ungefähr hier. Das ist auch, die Linie ist mir hier ein bisschen zu dick, so. Die stört mich, so. Schon. Schon. Dann haben wir später. Teilweise werde ich über die Zeichnung auch wieder drüber malen. Das ist, das, das ist, ich mache am Anfang aber trotzdem einmal so eine Zeichnung, damit ich einmal überhaupt weiß, ob, 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 ob das Bild überhaupt funktioniert, so, ne, also, ob ich sozusagen am richtigen Weg bin. So, die zwei sind ungefähr auf gleicher Höhe, der ist ein bisschen weiter vorne, also, muss ich ein bisschen weiter tun. Ich glaube, ich habe den ein bisschen zu groß gemeint, oder? Diesen, 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 diesen Müllwagen, ja. So, da wird dann später das Maxerl stehen, ja, so. So, dann haben wir da noch ein Auto. Ist das viel kleiner als der Nullwagen? Nein, das ist ein bisschen kleiner, aber nicht viel. So, da ist hier so, ne? Ich glaube, dass ich, den, ich glaube, dass der Müllwagen weiter weg ist, ja? Ja. Ich glaube, den habe ich hier ein bisschen zu groß gemacht, gell? Dann ist dieses Haus wahrscheinlich weiter da, dann ist der Müllwagen wahrscheinlich weiter da. Der Daniel Handling fragt, warum ein grauer Hintergrund? Ah ja, genau, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, ich weiß nicht, ich mag, ich mag die weiße Leinwand nicht. Das, die, die irritiert mich, die ist so, die ist mir zu weiß. Also, ich habe das, habe mir das selber abgeschaut von anderen Malern und, und für gut befunden. Ja, das stellt man einfach mit seinem Mittelton, dass man so erst seinen Mittelton aufbringt. Und dann, man tut sich irgendwie leichter, finde ich, dann das Bild rauszumodellieren. Und nämlich vor allem, was ich dann noch, mir fällt noch ein Grund ein, wenn ich, ich male nicht unbedingt die komplette Leinwand zu. Ich bleibe oft, spachtle ich dann bei gewissen Stellen so aus und dann bleiben so Löcher drin, ja? Und dann bin ich, und dann blitzt das Weiß raus, wenn du da keine Farbe drüber gemalt hast. Ja. Ja, der Daniel Handling hat übrigens gemeint, ich habe ein sehr sympathisches, gewinnendes und professionelles. Das finde ich auch. Ja. Geht es überhaupt mehr als Blau? Das ist ja später dann auch so die Farbe eigentlich von unserem Schatten. So, hier ist irgendwie auch, ist, die wirklich, die dunklen Schattenfläche kann man ja eigentlich auch schon einmal andeuten. Ja, da kann man auch schon einmal was hinmalen. So, da ist noch ein Auto. Prinzipiell finde ich Autos was total Bereicherndes im künstlerischen Sinne. Also, alles andere kann man diskutieren. Da habe ich einmal eine Malreise gemacht mit einem Maler, dessen Namen ich jetzt nicht sage. Er war angeblich auch schon einmal hier. Und er hat gesagt, ich sage nur so viel, er redet Englisch. Und da war man in Italien und da war eine wunderschöne Straße, so eine typische italienische Straße und da sind so ein paar Fiat 500 gestanden oder ein oder zwei. Und er macht eine Mal-Demo und er sagt, I don't paint the cars because I don't like them. Und dann hat er die Straße ohne Autos gemalt. Und ich habe mir echt gedacht, also ich habe großen Respekt und viel Liebe für den Kollegen. Aber ich habe mir gedacht, jetzt fordere ich mein Geld zurück, wirklich. Sind wir froh, dass Wien noch keine autofreie Stadt ist? Weil sonst müsstest du ganz viele Fahrräder malen. Ja, mache ich aber auch. Ich bin flexibel. Konstantin Sascha, der graue Hintergrund ist nicht mit Acryl vorgemalt, sondern den hat der Vincenz vor ungefähr einer Stunde aufgetragen. Und das sind genau die Ölfarben, mit denen er jetzt auch arbeitet. Ja, tatsächlich war da so eine dünne Acrylschicht, weil ich die Leinwand vom Stefan bekommen habe. Aber ich mache es tatsächlich selber nicht. Also ich nehme die weiße Leinwand, verdünne irgendeinen Grauton mit Shells Oil und male den. Aber du verwendest Mohnöl zum... Ich verwende Mohnöl, weil das ein Öl ist, weil ich war auf der Suche nach dem Öl, das am langsamsten getrocknet. Weil ich das nicht mag, wenn mein Bild eintrocknet. Das unterscheidet mich wahrscheinlich vom Stefan, weil der mischt sich ja dieses, wie heißt das, Liquin rein. Damit es möglichst schnell wieder fertig ist. Oder trocken ist. Ja, ich muss gestehen, ich habe es heute nicht verstanden, den Sinn. Weil ich male ja nass in nass. Und ich will ja nicht, dass es trocknet. Also es sei denn, ich muss es transportieren oder so. Also ich habe natürlich schon auch einmal mit Liquin gearbeitet, wenn ich gewusst habe, ich muss es am nächsten Tag irgendwie mitnehmen und wohin bringen. Aber prinzipiell finde ich das eher störend, wenn es zum Trocknen anfängt. Werner Teuber schreibt, vollkommen neue Anregung. Oft liegt das Gute so nah, nur man sieht es nicht. Ja. Ja. Ja, stimmt. Ja, jetzt ist das eingetreten, wovon wir dir erzählt haben, dass es passieren wird. Und du fangst an zu malen und der Chat schweigt. Das ist okay. Ja, ja. Das macht überhaupt nichts. Andächtiges Zuschauen. Keine Ahnung, keine Ahnung, nein, das sehe ich schon. Nein, das ist völlig okay. Ich muss ja selber noch, ja, ja, weil noch sieht man nicht viel. Ich gebe es ja zu. Das ist jetzt einmal. Nein, das ist. Ich mache jetzt einmal so die, ich mache jetzt einmal, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt einmal eine, ich möchte jetzt einmal das Bild einmal grob in den groben Zügen hinlegen, dass ich einfach verstehe, dass ich einfach sehe, ob es ein Bild ist, ja, sozusagen. Aber das heißt, alles was in Komposition oder sonstigen Dingen, Komposition oder sonstige Dinge klärst du im Vorhinein und malst dann wirklich das Foto ab. Ja, also es ist nicht so, dass wenn du dann beim Malen draufkommst, also es ist nicht so, dass du beim Malen draufkommst, ah, eigentlich gefällt mir das besser, wenn das Google-Auto 10% größer ist. Da habe ich es meistens schon entschieden, also ob es für mich so passt oder nicht, ja, das muss man sagen, ja, also ja, also ich schaue es mir eher, ich schaue mir eher am Foto an, ob mir das Foto so passen würde von der Komposition und was ich früher gern gemacht habe, ist, dass ich dann noch am Foto Änderungen vorgenommen habe und wenn die Änderungen aber nicht so rasant sind, dann mache ich die Änderungen einfach sozusagen beim Arbeiten. Sehr künstlich fragt, was war dein Stil und deine Aufgabe als Illustrator thematisch und wie hat sich das auf deinen Malstil übertragen? Wie sich das auf meinen Malstil übertragen hat, kann ich nicht genau sagen. Also ich habe, was ich auf jeden Fall viel gemacht habe, sind so Konzept-Illustrationen, also ich habe so, dass es etwas, was es in der Werbung gab und noch gibt, glaube ich, also dass so Sachen, dass du Sachen schnell aufzeichnest, um einem Kunden erklären zu können, so stelle ich mir das zirka vor, ja, also so ein, also zum Beispiel einen Film wie ein Comic aufmalen oder ein, oder, oder, oder eine Werbeanzeige aufzeichnen, noch bevor es fotografiert wird, damit man eine Idee davon hat, ja, und was ich, glaube ich, in der Werbung gelernt habe, war schnell zu einem Ergebnis zu kommen, glaube ich, das ist, ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen, schnell zu einem, zu einem, zu einem einigermaßen ansehnlichen Ergebnis zu kommen, ja, also, wovon hier noch keine Rede sein kann, aber okay. Jetzt muss der Kölsche Mal-Nerd mal fragen, schreibt Volker Pfaffenholz, wie stehst du zum Cityscaping der Amerikaner und Engländer? Ja, also, das gefällt mir sehr gut, was die machen, also, ich weiß nicht, ob ich jetzt jeden kenne, aber da gibt es ein paar Amerikaner, die mir sehr gut gefallen. Prinzipiell gut. Ich habe jetzt gerade mal Cityscaping gegoogelt, aber... Cityscape, ja. Ui, die Fragen hören nicht auf. Ja. Wer sind so eure Lieblingsmaler aus der Vergangenheit, fragt Mike Feier. Also, abgesehen von Stefan Nützl. Wobei, Stefan Nützl ist kein Maler der Vergangenheit. Naja, doch, Lette war letzte Woche da. Weißt du das? Ja, genau. Ja, nein, da gibt es viele verschiedene. Also, das kommt darauf an. Es gibt Maler, die mich eher vom Handwerk mehr beeinflusst haben und Maler, die mich mehr vom Inhaltlichen, von den Ideen halt mehr geprägt haben. Also, keine Ahnung. Mir haben auch die Surrealisten sehr gut gefallen eine Zeit lang. Das hat mich total fasziniert. Habe ich einmal probiert, in die Richtung zu arbeiten. Und... Aber nachhaltiger Beeindruck hat mich dann, glaube ich, da... Da haben mich dann so Maler wie der Hopper oder so. Ja. Die auch so diese Szene des Alltags... Ich glaube, das waren so die ersten Momente, wo ich verstanden habe, dass das eine Kraft hat. Wenn man scheinbar Alltägliches abbilden kann. Ja, und das ist ja auch... Das, was irgendwie draußen vor der Tür passiert, ist ja auch total super. Ich finde es spannend. Also, ja. Es ist halt nicht immer spannend, es ist auch nicht immer schön, aber es ist nicht langweilig, finde ich zumindest. Also, ich habe jetzt ein ziemlich wirres, eine ziemlich wirre Vorzeichnung gemacht. Ich hätte die eigentlich gern schöner gemacht für euch. Äh... Bin aber trotzdem jetzt auf einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, ich fange jetzt dann doch einmal an... an wirklich mehr Farbe da rein zu bringen, beziehungsweise einmal wirklich zu malen. Bis jetzt habe ich ja nur so Striche gemacht. Ich schaue noch, ob ich irgendwas an der Zeichnung noch... Also, Zeichnung... Was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich so die Flächen verteilt, dort wo sie... Ich habe sozusagen mit Strichen definiert, wo ich später Flächen hinmalen würde. Ja. Ein User, ich glaube, das ist Spam, der heißt Stefan Nützel, schreibt Big Brother is watching you. Du lieber Himmel. Er soll die Fiedl und die Gambe irgendwie... Ja. Er soll die Gambe fiedlen. Nicht wir schaut schon gut aus, schreibt Silvia Wodner. Na ja, das ist doch ziemlich... Und Atelier CHD fragt, warst du in der Akademie? Nein, ich war nicht in der Akademie. Also, als Maler bin ich Autodidakt. Ich war auf der Werbeakademie und habe eine Ausbildung als Grafiker und habe auch so Grafik- und Werbegestalter. Grafik, Illustration habe ich schon eine Klasse gehabt. Und als Maler aber war ich, also auf der Bildenden, also auf der Kunstakademie war ich nicht. Ich habe mich dann halt später mit Workshops und so, habe ich mich dann sozusagen handwerklich weitergebildet. Aber künstlerisch ausgebildet bin ich nicht, muss man sagen. Sehr kunstlich, schreibt. Die folgende Frage muss jeder Gastmaler bei Stefan beantworten. Wie stehst du zum Spontanrealismus? Und was ist der Spontanrealismus? Ich zeig dir mal eine Google-Suche. Da musst du mir jetzt helfen. Ah, ist das der Dings? Der Wokar. Mhm. Du brauchst doch gar nichts dazu sagen. Ich glaube, die Frage reicht schon. Ich habe keine Meinung dazu. Eben. Genau. Nein, aber ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht oder so. Also ich habe wirklich keine Meinung dazu. Also ich kann die Hausmeinung dazu gucken. Ein Marilyn Portrait in künstlerisch veränderten Farben ist für mich ein Marilyn Portrait in künstlerisch veränderten Farben. Und ich finde das jetzt nicht unbedingt wahnsinnig schlecht, aber ich finde es auch nicht wahnsinnig interessant. Also ich, aber ich finde es nicht furchtbar, ich finde es auch nicht genial. Also mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Jaja, mehr ist glaube ich dazu auch nicht zu sagen. Gut. Jaja, also ja eh. Apo schreibt, in malerischer Hinsicht dann gleich mit Öl anfangen. Die fertigen Werke wirken von der Farbigkeit irgendwie stark von der Aquarellmalerei beeinflusst. Aha. Gut. Das ist ein interessanter Punkt. Also ich habe mich ja auch mit der Aquarellmalerei auseinandergesetzt und finde es eine viel schwierigere Technik mit einer viel höheren Lernkurve als die Ölmalerei. und würde mich jetzt nicht so als besonders tollen Aquarellmaler sehen. Also habe mich, wie gesagt, habe auch Aquarell gemacht, aber im Moment, also ich bin fast ein bisschen reuig zur Ölmalerei zurückgekehrt. Finde ich dir eine sehr dankbare Technik ist, ja. Und ich rede definitiv von der Ölmalerei und nicht von der Acrylmalerei. Ich fange jetzt schon an, so ein bisschen größere Flächen auch alles einmal so anzulegen. Du bist aber noch immer bis jetzt nur bei Blau und Braun. Ich bin eigentlich wirklich genau. Also da ist noch kein Weiß drin und du machst jetzt faktisch die dunkelsten Dunkelheiten quasi. Die dunkelsten Dunkelheiten lege ich jetzt schon einmal an. Das hilft der Zeichnung, dann weiß ich wo ich bin, dann weiß ich wo ich hin muss ungefähr, später. Kann das natürlich dann auch noch alles ändern. Kann man ja eh noch einmal drüberwahlen. Das ist ja das Schöne an der Ölmalerei. Das ist ja nichts verbindlich. Ja. Du kannst ja dann doch immer noch... Sekundlich schreibt Test bestanden. Spontan Realismus Frage. Ach so! Ja. Du, da bin ich beruhigt. Ja. Gut. Gut. Ich würde aber jetzt dann als nächstes jetzt dann doch ein bisschen weiß reinbringen. Mhm. Eine spezielle... Also... Ich hab... Vielleicht kann ich zum Weiß was dazu sagen. Ich hab zwei... Ich verwende mal ganz gern zwei Weiße. Ja. Und zwar ein Zink und ein Titan. Ja. Ich male für Mischungen und wenn es eher dünn ist und wenn es eher... Nein, nicht wenn es dünn ist. Auch wenn ich dicke Spachtelmischungen anmische, verwende ich gern Zinkweiß, weil sich die Farbe nicht so stark verändert, wenn ich das Zinkweiß hineinmische. Mhm. Die Farbe kriegt einen Körper und 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 wird aber... Die Mischungen werden aber nicht so hell. Mhm. Während wenn ich das Titanweiß hineingebe, dann wird es immer so hell. Also dann ist sofort wieder alles weiß gemischt. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt... Ja, ja. Ja, ja. Ausgedrückt habe. Ich mache jetzt folgendes. Ich mische mir jetzt einmal so diesen Asphalt an da unten. Da bleibe ich jetzt derweil einmal bei diesen beiden Farben. Die reichen mir, glaube ich. Und du packst die Spachtel aus. Das freut mich besonders. Ah, okay, ja. Bleib aber vom Malen her beim Pinsel. Weil solange ich dünn... Also alle dunklen Stellen im Bild male ich lieber dünner. Ja. Ja. Jetzt schauen wir mal, es ist ein bisschen zu dunkel. Es ist fast heller und blauer. Nehme ich noch was. Ich helse ein bisschen auf und es gibt noch mehr Ultramarine rein. So, schauen wir mal jetzt. Ein bisschen Öl. Brauchst du mehr Platz dran? Nein, nein, das passt schon. Danke. Wichtig ist, dass ich einmal zumindest grob die Flächen und die Farben anlege. zumindest einmal, dass ich grob alles habe, was ich brauche und ich kann immer noch verfeinern. Das ist, glaube ich, generell bei der Ölmalerei und das ist so auch die Schule vom Stefan. Das ist einfach der Gag an der Sache. Du legst da mal alles hin, soweit du kannst. Ja, Volker Pfaffenholz schreibt auch Tonwerte, also darum geht es zunächst. Dass man die richtigen Tonwerte hat, ja. Das ist jetzt einmal nur eine... Das ist auch eine Vereinfachung, was ich hier gemacht habe. Ist natürlich... Hier ist es natürlich heller und hier ist es dünkler. Ja, das sehe ich natürlich auch. Ja. 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 Und da müssen wir schauen. Da möchte ich schon auch irgendwie beim Fluchtpunkt bleiben. Also du kontrollierst auch deine Pinselstriche Richtung Fluchtpunkte. Ja, schon, schon. Auch wenn ich da jetzt nicht genau war, aber es bleibt auch einfach, wenn die Perspektive so einigermaßen stimmt, dann schaut das Bild einfach auch glaubwürdiger aus. Das ist eine Sache, die ganz gern unterschätzt wird. Und Perspektive ist etwas, was man lernen kann. Die sind ja eigentlich zu grauer, das ist blauer. Natürlich wird auch dieser helle Streifen hier dicker. Und so weiter und so weiter, ich gehe jetzt aber mal weiter, damit ich irgendwie weiterkomme. Dann haben wir, wo kann ich diese Farbe noch verwenden, dann haben wir eigentlich hier noch so einen... Du hast gerade nebenbei meinen Lieblingssatz gesagt. Wenn ich eine Farbe im Pinsel habe, dann schaue ich, wo ich sie noch verwenden kann. Genau. Das finde ich immer... Das macht total Sinn. Du schaust, wo du alles unterbringen kannst, was du dir so zusammengemischt hast. Kann man die noch irgendwo unterbringen, vielleicht hier bei dem Dach. Wobei das stimmt schon nicht mehr. Das Dach ist viel kälter, blau ist. Meistersinger fragt, könnte man sagen, dass sich das Bild in mehreren Ebenen im Wechseln, Linie, Fläche, Linie und so weiter aufbaut. In mehreren Wechseln, Linie, Fläche, Linie, ja... Würde ich jetzt auch so antworten. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Ich versuche jetzt einfach einmal ein paar Flächen zu setzen. Ich würde jetzt auch einmal diese Häuserfront da auf der Seite machen. Die hat zwar so Streifen, aber die ignoriere ich jetzt. Ich mache das jetzt einmal in einer Farbe, damit ich da mal was habe. Ja, weil ich muss schon noch ein bisschen schauen. Ich muss abstrahieren. Ja, weil ich muss ja auch... Es geht auch wirklich darum, die groben Linien jetzt einmal auch irgendwie anzulegen. Also einfach die groben Flächen, meine ich, einmal anzulegen. Da passt mir jetzt das Blau nicht. Naja, jetzt ist der Punkt, wo ich irgendwie dann doch ein zweites Blau ins Spiel bringe. Und zwar ein Blau mit einem Phthalo-Pigment. Damit ich einfach... Für alle Nerds, es ist das Van Gogh Cerulean Blue... Ja, aber das ist... Ja, okay. Phthalo-Blau. Wichtig ist, dass ein Phthalo drinnen ist. Damit man eben dieses andere Blau, dieses kreischende Blau hat. Ja, sehr. Weil das brauche ich vor allem überall dort, wo der Himmel sich spiegelt. Mhm. Zum Beispiel hier, da beim... 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 Beim Auto... Ja, das da... Eigentlich kann man es auch hier verwenden. Eigentlich kann man auch hier ein bisschen ein Phthalo anbringen, weil es ja doch auch der... Der Himmel ist, ne? Der diese... Der dieses... Der dieses... Himmelblaue... Hat. Gundelbusch fragt, wie schaffst du es heller zu werden? Wird die Farbe nur lose auf die dunklere draufgelegt? Ah, wie schaffe ich es heller zu werden? Ich... Ich... Ich mische eine hellere Farbe an. Mhm. Schau, dass genug im Pinsel drinnen ist. Und dann ist es wichtig, dass die Farbe, die darunter liegt, nicht schon zu dick ist. Und... Dass ich eine andere Farbe drauf bekomme. Ich sage jetzt nicht mhm, aber ich würde es sonst mhm sagen. Du würdest es sonst mhm sagen. Ich mache jetzt folgendes. Dass da ein bisschen was weitergeht, mache ich jetzt einmal den Himmel. Weil wir jetzt schon so in den Blautönen drinnen sind. Und damit uns nicht langweilig wird, greife ich da jetzt einmal zu groberen Methoden. Und zwar, um dieses ganz helle Himmelblau überzeugend zusammenzubekommen... Brauche ich mehr. Mehr weiß. Ein bisschen in Öl hinein. So. Muss ich da auch Senftalo nehmen, sonst geht das nicht. Ich schaue. Ja... Dann... Dann... Okay. das ist ein bisschen diese ärger immer wieder dann gebe ich jetzt ein bisschen was von meinem siena dazu weil der himmel ja meistens nach unten nicht wirklich hellblau wird sondern ein bisschen so einen gelbton auch grün klingt zumindest so ein bisschen aber es ist ja auch ganz spannend zu sehen du mischst eigentlich über die himmelfarbe die du zuerst gemischt hast die mischst du dann weiter also die farbe bleibt nicht auf der palette übrig und du mischst daneben einen neuen ton sondern du mischst einfach drüber also die farbe geht eigentlich so eine evolution durch ja so ein bisschen ja also da bin ich jetzt schon sehr weiß das qualmt mir jetzt nicht das qualmt mir nicht nehme ich wieder runter mich mal noch einmal max hat schreibt war das schaut schon richtig gut aus danke ich hoffe es ist mir doch ein bisschen zu weiß gewesen jetzt war irgendwie komisch die mischung ist ein bisschen weiter runter gemischt das ich auch ich es So. Himmel fertig. Na ja, also in grob, sagen wir halt einmal. Dann könnte ich mich eigentlich gleich um dieses Haus hier kümmern. Das ist ja im Grunde wie ein Spiegel, da spiegelt sich der Himmel drin. Allerdings hat es jetzt nicht die Himmelfarbe, sondern es ist ja dunkler, weil wahrscheinlich das Glas blau ist. Warte, ich muss kurz meine Spachtel hin, ich habe gerade alles voller Ölfarbe hier. Also muss ich da irgendwie dann doch wieder mehr blau reinmischen, würde ich mal sagen. Oh, ok. Brauchst du irgendeine Hilfe? Ja, mir ist die Kümmerrolle runtergeflogen. Lass, 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 nicht in den Mistkübel, aber ich heb's nachher auf. Nein, warte, ich hab schon auf. Ich bin ja hier die Assistentin. Ich bin die Mahrein-Gelze des Dienstwochs. Jetzt muss ich einmal irgendwie die Farbe von diesem Haus, das ist zu dunkel. Daniel Händling fragt, was taugt dir an der Spachtel so? Na ja, man kann sehr schnell damit arbeiten, man kann sehr sauber damit arbeiten, weil man wischt sie nachher einfach nur ab und sie ist sauber. Und sie macht, und ich find's auch spannend, dass sie so scharfe Kanten macht. Also das ist nicht immer das, was man will, aber das kann man sehr gut als Stilmittel einsetzen. Ich hab da jetzt ein bisschen Titanweiß reingemischt jetzt, weil ich das zu dunkel angemischt hab. Und mit dem Titanweiß kann man natürlich sehr gut schnell was aufhellen. Das müsste jetzt ein bisschen dünkler sein als die Himmelfarbe. Annette Bayer schreibt, die Häuser sehen gerade so aus wie von Christopher Hüld. So, das wird natürlich nach unten auch ein bisschen heller. Aber oben hätte ich es vielleicht fast noch dünkler machen können. Ich mische einfach ein bisschen weise in meine Mischung rein, damit ich da unten heller werde. Und zwar muss das jetzt ungefähr bis hier hin gehen. Und dann fangt sich ja an, dieses Gegenhaus da irgendwie drinnen zu spiegeln. So, was machen wir dann noch? Wo mache ich es noch ein bisschen dunkler? Da baug ich mir noch einmal diese Farbe aus. Schau bitte noch einmal auf der Palette an. Ja, da wähle ich dann immer mehr Farbe rein. Cool, das heißt, du nimmst die Farbe runter, mischst dann einfach noch eine Farbe auf der Palette dazu und dann gibst du das wieder drauf. Ja, kann ich. Ja? Zum Beispiel. Ja, das ist halt auch ein Vorteil, wenn man mit der Spachtel arbeitet. Wenn du so dick die Farbe auf deinem Bild passt, dann kannst du dir natürlich solche Spielereien machen. So. Und ich kann eben mit der Spachtel wirklich schön diese geraden Linien und diese scharfen Kanten machen. Ja. So, was haben wir noch für blaue Sachen? Ich glaube, was ich da noch machen könnte, wäre so die Rückseite von diesem Kastenwagen. Na? Die ja blau ist. So, da muss man auch ein bisschen aufpassen auf die Perspektive. Die muss natürlich eher abfallend sein. So. Ja. Das stimmt schon fast, ja? Weil das ist nämlich so ein Braunton eher, gell? Ja. Da hinten aber noch ein Auto. Horst Hummel schreibt, eine Wonne dabei zuzuschauen. Faszinierend finde ich auch, schreibt Peter K. Ja. Das freut mich. Ja. Noch besser ist es, da sitzen und zuschauen. Noch besser ist es, einen Schluck zu nehmen. Prost! Prost! So, was müssen wir noch machen? Irgendwie sind wir noch nicht fertig. Nein, also ich habe schon gehört, die Holländer fehlen noch. Meistersinger schreibt, wird der Niederländer als letztes in die Situation gemalt? Ja, ich nehme an, nachdem du jetzt gerade beim Blau bist, wird es noch ein bisschen dauern, bis wir… Also der Oranje? Ja, ja. Na, der kommt am Schluss, da müsstest du bis zum Ende mitschauen. Dann schalten sie auch nächste Woche wieder ein. Weil da kommt, da kommen die Max Verstappen. Genau. Gut, also bei so Spiegelungen von Autos kann man sich jetzt ewig spielen. Das ist jetzt ein bisschen die Geschichte. Also das… Ich versuche das zumindest so anzudeuten, dass man eine Idee davon kriegt. Na, was sieht das Konzert schon aus? Ohne Pizza! Ich wollte noch eine holen. Du, du kannst. Der erste freie Mittwoch. Ich habe mal Hunger gehabt, ich habe mich gebremst. Für alle im Chat, der Meister ist gerade bei der Tür hereingekommen. Und hat sein Fahrradlicht noch nicht abgedreht. Das geht von alleine aus. Aha. Annette Bayer schreibt eine Woche und in Nützwoch ist möglich, aber sinnlos. Was habe ich noch gemacht? Du malst jetzt weiter oder wie? Ja, mal ich mal. Okay. Dann kann ich ja… So, ich würde Folgendes sagen. Ich würde jetzt dann doch einmal mit den… Ja, nein, ich sehe noch ein paar Blautöne, die ich sinnvoll malen könnte. Und dann mache ich mir ein bisschen Platz auf der Palette. Weil ich habe da schon ziemlich ausge… Wie spät ist es? Wie lang sind wir schon? Du malst jetzt seit ungefähr… Ich male viel zu lang schon. Eine Stunde fünfzehn sind wir jetzt drinnen. Okay, du musst mich ein bisschen leiten und sagen… Nein, nein, du… Es gibt nichts, was ich leiten sollte. Weil ich vergesse die Zeit und… Ja, es schauen noch immer so viele Leute zu wie zu Beginn. Wahnsinn. Es ist alles gut. Okay, toll. Wobei es haben noch nicht alle ihr Like dagelassen. Das geht aber gar nicht. Ja. Also der Meister ist nicht gekommen, weil der Meister Singer ist ja schon die ganze Zeit da. Schreibt er gerade im Chat. Meister Singer fragt aber auch gleich, ist es eine große Umstellung zwischen den unterschiedlich großen Formaten zu wechseln? Es ist schon eine Umstellung, aber es ist eine schaffbare Umstellung. Aber es ist eine Umstellung, ja doch. Aber man kann sich dann gewöhnen. Kompensierst du das mit größeren, kleineren Spachteln, Pinseln? Ja, ja. Ich habe noch eine ganz große Spachtel und ich habe natürlich auch größere Pinseln. Soll ich was halten? Nein, nein, passt schon, passt schon. Ich putze meine Pinsel. So, fertig. Ich bin da eher schlampig. Weil ich möchte jetzt doch noch einmal ein dunkleres Blau haben. Ich würde aber sagen, dass ich jetzt doch dann einmal mit den anderen, diesen Brauntönen... Ich bedanke mich mal schnell beim Meistersinger, weil der lobt gerade den Moderator des Abends. Ja, der Moderator des Abends ist besonders toll. Finde ich auch. Und ich erst. Deswegen gehe ich jetzt, weil ich habe mir jetzt meine Vertretung organisiert. Ah, die Vertretung schwächelt. So, ich mache mir jetzt hier ein bisschen Platz, weil ich muss jetzt irgendwie mit diesen Brauntönen anfangen. Wie groß ist denn deine Palette zu Hause? Naja, eigentlich gar nicht um so viel größer. Aber ich habe ganz gerne so Glasplatten. Guten Abend miteinander. Oh, Mann, ey. Also, Prost. Der Wensens trinkt nämlich zu langsam. Jetzt bin ich draufgekommen. Hi, Wensi. Servus, Stefan. Wie war's? Traumhaft. Da crasht jemand die Party. Ich muss mich dann hinsetzen, damit ich dann alles sehe. Was hast du da drinnen? Das ist Ginger Ale und Wixi. Okay. Soll ich was machen? Ich mache was. Und Dietmar Stiller, na bitte, passend, passend zum Gastauftritt. Wir sind alle passend gekommen. Ich bin gerade zur Tür rein und habe gleich angeschaltet und das Däumchen gedrückt. Startansichten ist genau mein Ding. Wensi, auch noch, drauf schenken. Oder wie man sagt, in Wien Wieduten. Weg damit. Wieduten, ich bin der Wiedutenmaler. Das hast du mich gefragt, welches Wort das ist, oder? Nein, du hast das gesagt und der Winzer kiefelt seit einer Woche dran, glaube ich. Drei Meter Brille, schreibt Annett Bayer. Ein Live-Bot im Haus, schreibt Konstantin Sascha. Gerade noch im Chat und jetzt schon auf der Showbühne. Da habe ich noch, da ist mir noch was. So. Ah, doch noch immer blau. Ja, ja. Ich befalte da doch immer noch was ein. Mach das doch mit der Spachtel. Warte mal, ich nehme jetzt doch. Mach das doch mit der Spachtel. Ich schaue da ganz genau zu. Ja, ja. Aber du machst doch nicht so diese Bob Ross Rolle auf der Spachtel, sondern du hast einfach eine dreckige Spachtel. Was ist eine Bob Ross Rolle? Ja, der Bob Ross zeigt ja immer, dass er dann bei der Spachtel dann auf einer Kante so eine, eine, jetzt habe ich dir auf deinen Pinsel gegriffen. Entschuldige. Nein, nein. Jetzt bist du etwas... Ihhh, Farbe! Und der macht dann so bei einer Kante von der Spachtel, macht er sich dann so eine, eine, eine richtige schöne Rolle hin. Aha. Mit der er dann, mit der er dann Linien zieht und so. Und dazu braucht man eine Rolle? Naja, nein, aber der macht das halt so... Welches war, welches war? Ganz kurz. Das war deins, ne? Ja. Okay. Ich mach das mal so, wie du das machst. Ah, sehr elegant. So. Ich weiß nicht, ob die Leute hören können. Gerne. Na, die Leute können dich hören, weil da hängen nämlich Mikrofone. Ach so, okay. Aber ich habe ja auch ein Mikrofon, hier zwischen den Brüsteln. Zwischen den Brüsteln. Du hast so eine Art Bootleg-Aufzeichnung im Konzert gemacht. Also. Ja, genau. Na, ich habe es hier erst angestellt. Also, dann darf ich dich jetzt im Namen des Chats irgendwie begrüßen. Ja. Haben die schon Wicke-Wicke gemacht? Hallo? Eigentlich bist du noch genug ausgegangen, aber abgegangen. Glauben die blauen Flecken so schmutzig? Oder werden die nachbearbeitet? Warte mal. Warte mal. Der meint Vincent Schiller, oder? Hm. Äh. Wir wollen uns zum Berlin-Döner gehen. Jetzt könnte man auf der Palette gut sehen, wie sich die unterschiedlichen Weißdöne beim Mischen verhalten. Schreibt da nicht bei, ja. Jetzt könnte man gut sehen, oder man kann es gut sehen? Jetzt konnte man. Ja, ja, ja. Und ich habe nicht aufgepasst. Ah, das ist so eine Sache, das muss man nicht nachmachen. Das ist so eine Geschichte, die ich mir angewendet habe, dass ich mit zwei verschiedenen Weiß arbeite. Welche Weiß hast du da? Ein Titan und ein Zink. Und wann verwendest du das Zink? Das Zink verwende ich, wenn ich eher so große Mischungen machen will. Und wenn es mir darum... Wenn ich nicht will, dass sich die Farbe so sehr verändert. Mhm. Und das Titan verwende ich, wenn ich wirklich Weiß brauche. Oder beziehungsweise wenn ich wirklich deckende, knallharte, helle Töne brauche, die richtig Power haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das auf diesen... Also das ist dein Power-Weiß. Das ist mein Power-Weiß, genau. Power-Weiß, genau. Power-Weiß. Oh Gott, okay. Ich muss ein bisschen ernsthaft sein, oder? Nein, muss nicht. Ich kann jetzt in den Streamnet crashen, oder? Die schmutzigen blauen Flecken, Meistersinger hat sich aufs Bild bezogen. Mhm. Also nicht die schmutzige blauen Flecken? Und die... Ich hab schon gesagt, ich... Naja, du hast schmutzige blaue Flecken... Wo warst du im Konzert? Naja, das war... Achso, ja, ja. Das ist eine Soßmusik. Brügelei im Moshpit, oder? Voll. Weißt du, diese alten Musikfreaks, die sind total irre. Ja, ja. Und deswegen hast du noch schmutzige blaue Flecken und keine sauberen blaue Flecken. Hört man eigentlich, dass ich Chips esse? Max Hott schreibt, ja, man hört euch drei gleichermaßen gut. Mhm. Ja, genau. Besonders die Tüte... Die Tüte hört man. Das ist wie im Kino. Wo einer... Besonders die Tüte hört man prima. Das ist das Chipsackal, wie man so schön sagt. Das Chipsackal. Io di Ciclio. Sacchetto Plastica PP5. Mhm. Aha. Du hast ja voll die richtige Farbe erwischt. Wo hab ich die richtige Farbe erwischt? Jetzt da. Wo hab ich die richtige Farbe erwischt? Überall. Fast überall. Am Bild. Am Bild? Dietmar Stiller hat die Nachricht zurückgezogen. Ey. So. Ey, das ist so geil jetzt. Ich fühl mich total entspannt. Ich hab bombige Musik gehört, dass der graue Hintergrund noch sichtbar ist. Das bin ich, der graue Hintergrund. Nicht mehr grau ausschaut. Nein, es geht noch immer ums Bild. Scheiße. Es geht immer ums Bild. Oh Mann ey. Weißt du... Ich geh mich ja mit dem Chat aus. Du hörst ja vom Chat keine Ahnung. Wenn die im Chat was schreiben, geht es immer ums Bild. Ach so. Zwar um das Bild und nicht um das Bild. Okay. Ja, ja. Konstantin Sascha, tolle Kontraste. Konstantin Sascha schreibt, damit du das auch mitbekommst. Interessant, dass der graue Hintergrund, der noch sichtbar ist, nicht mehr grau ausschaut. Der kippt ins Warme durch die blauen Töne rundum, oder? Wenn ich klug scheißern darf. Der kippt ins Warme, genau. Wenn sie ist nämlich Meister der Farbe. Es ging um die Tüte bei der zurückgezogenen Nachricht, schreibt Dietmar Stiller. Ach so. Ey, Dietmar. Ey, warte mal kurz. Der hat Geburtstag. Wann? Äh. Ich glaub heut. Nein. Ich glaub schon. Meistersinger will wissen, was im Konzert war. Warte kurz. Multitasking vergessen wir gleich wieder. Dietmar, hast du heute oder gestern gehabt? Beides ist ja voll nah. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hab's auf Facebook. Ich hab's vergessen. Sozusagen. Oh Gott, oh Gott. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum... Wir sind Facebook-Freunde. Ja. Seit ein paar Tagen. Echt? Boah. Wahnsinn. Ist mir zumindest... Jeder mit jeden. Das macht mich fertig. Ja. Was wurde denn in Renaissance-Musik von einem italienischen Renaissance-Komponisten und eine italienische Kombo mit drei Zugaben? Das war unglaublich. Also die sind wirklich völlig entfesselt gewesen. Wahnsinn. Drei Zugaben? Ey. Klassische Musik oder so. Das kannst du froh sein, wenn du eine bekommst. Weil die... Oh, wie peinlich. Merci. Das heißt, oh, wie peinlich, Dietmar. Die Frage ist, heute oder morgen? Peinlich. Nicht dir. Happy Birthday. Oh, jetzt rascheln die Geburtstagskröße ein. Ja, ich finde es jetzt gut, dass ich doch noch den letzten Rest mit euch zusammen sehen kann. Fast wieder verpasst. Ja, ich auch. Ich brauche nichts mehr lesen. Mützel ist alles so. Also, Entschuldigung. Ja, nein, nein, nein. Bitte lies mir. Okay, dann tue ich mir den Prinzip ein bisschen abhalten. Komm, setz dich dran. Nein, nein, nein. Bitte. Nein, nein, nein. Ich habe ein Mikrofon und du musst dahinter. Ah, naja, gut. Dann musst du halt... Aber du hast eh eine gute Brille. Ich versuche jetzt... Ich versuche jetzt, wenn ich auch... Wenn ich auch was sagen darf. Ja. Ich versuche jetzt einfach wirklich die Flächen zu definieren. Ich finde, der stört ein bisschen. Ich störe ein bisschen. Ja, unser gutes Gespräch. Der Dietmar hat mich wirklich freut. Ich bringe Unordnung in eurem Weisern. Wir sind Dietmers Geburtstagsabendbeschallung. Ah, wie du diese Helligkeiten siehst. Diese Reflections. Ja, ja. Das zieht sich auch bei dem Auto vorne. Ist das auch noch die gleiche Farbe? Ja, gib bitte. Jetzt willst du der Geburtstagsfälle. Jetzt willst du der Geburtstagsfälle. Jetzt willst du der Geburtstagsfälle. Ist das da hinten oder was? Stört dich das? Also ich höre sofort auf. Nein, nein. Ist okay. Echt? Ich halte das aus. Oh Gott, ist das schön. Lobendes gerne, ja. Also okay. Also dann tue ich mal. Also ich hätte schon ein bisschen was auszusetzen. Bitte. Nein, nein, mach weiter. Du Arsch. Mich hat noch keiner gefragt. Also Entschuldigung. Ich vergesse, dass wir live auf Sendung sind. Das ist unser normaler Umgangston. Ganz oft. Hart aber ungerecht. Hart aber herzlich. Hart aber ungerecht. Der spachtelt ja wirklich alles. Ja, und es ist wirklich gut zu sehen. Wie man wirklich mit einer Spachtel... Warte. Ane. Das steht da hinten. Ich habe hier meine Bar auf. Mein Chipsreservoir, nachdem ihr alle Chips weggefressen habt. Wann habt ihr das gemacht? Jetzt hat es mich so abgelenkt, dass ich das jetzt total versemmelt habe. In den 1,5 Stunden, die wir nichts zu tun gehabt haben. Ach ja, stimmt. Alles neu. Macht der Moi. Sorry. Alles neu hier. Hm. Darf ich dich was fragen? Bitte. Wie wichtig ist es, Perspektive zu studieren für deine Malerei? Studieren? Aber ich würde mich ein bisschen damit auseinandersetzen würde ich mich schon. Inwiefern? Wie weit würde deine Auseinandersetzung gehen? Was würdest du... Das ist die Perspektive, das ich ziehe. Dass man eine 1-Punkt- und eine 2-Punkt-Perspektive aus eigener Kraft schafft, fände ich schon gut. Aus eigener Kraft ist auch eine gute Idee. Du hast ja den wichtigsten Moment verpasst. Vincent hat mit Rot einen Fluchtpunkt hineingemalt. Ich habe meinen Fluchtpunkt hineingemalt. Oh. Also doch. Wie cool ist das? Ja. Ja schon. Ja schon. Ich bin da halt so ein bisschen ein Freak. Ich sage nicht, dass das perfekt ist, was ich mache, aber wenn es überzeugend ausschaut, dann hilft das schon. Gerade wenn man halt Objekte und Architektur malt... Durst? Habe ich verstanden. Durst? Durst? Beim Augen zu kneifen der Hammer. Ich habe jetzt gerade festgestellt, wenn ich da so sitze, dann wächst mir das Hammer-Ziffix aus dem Kopf. Ja. Warst du beim Friseur? Ja, ich habe mal Hammer-Ziffix gemacht. Das trägt man jetzt so. Also verächtigt. Annen Bayer schreibt, ich finde es grandios, beim Augen zu kneifen der Hammer. Also sie meint aber dein Bild. Ja, ja. Also da wären wir wieder beim Bild, ne? Ja, 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 ja. Bei uns muss man eher ein Auge zudrücken. Das ist nicht den Augen zu kneifen. Ich wollte eigentlich so einen Berlin-Grenner fahren. Ich will auch noch, du Freund der alten Musik, ich möchte auch noch festhalten, dass in diesem Haus die Zauberflöteuhr aufgeführt wurde. Also da war es noch kein Haus, sondern... Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, das ist zwar deine Hood, aber das Ding ist, die ist im Theater in der Wien-Uhr aufgeführt worden. Entschuldigung. Hier wurde sie geschrieben. Genau. Ah, das ist das Ding. Hier wurde das Reperto geschrieben, der Zauberflöte. Kannst du das noch einmal im Vollbild machen? Und wie hier? Mach es nochmal groß, bitte. Wir wollen es kurz machen. Mach mal. Die Zauberflöte. Wahnsinn, komponiert. Unglaublich. So. Gut, jetzt haben wir wirklich viel geblödelt, jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich da wieder... Hammerzufix-Erleuchtung. Du siehst Hammer aus, schreibt Christian Guerrera. Vinzenz, wie viele Pinsel sind denn inzwischen im Einsatz? Na, erst zwei eigentlich. Oh, du bist voll in Ralf, machst du. Und Cevara schreibt... Die aber ziemlich versaut sind beide. Ja, jetzt nehme ich mir mal einen neuen. Cevara schreibt, wie zu höhere schafft man es, dass die Pinsel eine scharfe Kante behalten und nicht nach einer Zeit aussehen wie ein Hexenbesen? Indem man sie wegschmeißt und sich einen neuen kauft. Ja, 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 ja. Also ich habe einen ziemlichen Verschleiß, leider. Ich habe eine Zeit lang, ich habe einmal einen Trick gefunden auf YouTube, ein kochendes Wasser bezhalten. Die Pinsel? Ja. Und? Und dann wieder neu sozusagen herrichten. Der ist wirklich zu groß, ich muss den kleiner machen. Und das hat tatsächlich funktioniert, aber sie waren dann sofort wieder ausgefranst. Also es ist leider, ich habe das Problem selber nicht gelöst und habe einen ziemlichen Verschleiß. Meistersinger fragt mal eine Frage an den Vinzenz, wie fühlt sich der Stream aktuell für dich an? Eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut. Also ich habe vergessen, dass das mit tausend Leuten zuschauen. 1-1-1. Ja. Bei 3-3-3 bei Isos große Keilerei. 1-1-1. Vinzi. Was reimt sie denn jetzt drauf? Fuck. Kann mit Worten manchmal nicht gut umgehen. Apo fragt, arbeitest du sonst eher in Ruhe oder bist du es gewohnt, beschallt zu werden? Ich höre gerne Musik bei der Arbeit. Na, du bist ja überhaupt ein großer Musiker, ne? Muss ich mal auch sagen, Vinz spielt ja in einer Band Bass. Spielst du in einer oder zwei Bands? Drei Bands für Vinz? Na, in einer. Ja. Also, Freud heißt die Band. Ich habe noch so gelegentliche Fremdgehereien mit einem Coverprojekt, aber das ist sehr selten. Aber Freud ist in der letzten Zeit gut abgegangen, ne? Ihr habt ziemlich viel Presse und Medien. Wir haben ein Album gemacht und das ist eigentlich recht freundlich besprochen worden. Ich weiß nicht, dass wir jetzt auf Heavy Rotation sind. Ja. Heavy Rotation. Also, wer es mal hören möchte, freut Band-Googlen. Aber da... Das Gute daran ist, ich kann jetzt total... Warte mal. Ich kann jetzt voll meinen... Der hat mich jetzt total rausgebracht. Ich muss irgendwas mit diesem Haus machen. Manchmal weiß man halt nicht. Macht man die hellen Stellen zuerst und dann die dunklen oder umgekehrt? Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass ich noch eine Farbe hier reinbringe. Ja. Ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit gefragt. Also, ich finde es ja erstaunlich, dass deine Bilder so farbig sind und du die ganze Zeit mit diesen furzigen, gebrochenen Farben rumeierst. Ed Stefan Nützel, Dietmar Stiller schreibt. Das hast du mir gezeigt. Damit der Vinzenz ein bisschen in Ruhe weiterarbeiten kann. Apropos, gibt es schon den Bezahl-Link, wo man gegen einen Obolos die Vorlagen runterladen kann. Noch nicht? Ich müsste einen Patreon-Account anlegen. Puh, soll ich das Screen für dich erledigen? Jetzt live während dem Stream. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so ein Loser manchmal. Also, seht es mir nach. Büroarbeit ist nicht mein Ding. Also, Ralf-Bert tut mich auch immer wieder darauf hinweisen, dass ich dieses oder jenes tun sollte. Lieben Gruß an Sekundig. Hast du ihm geschrieben? Ja, ja. Hat er dir geantwortet? Ich glaube, er will mit dir sprechen. Ah, okay. Also, ich glaube, vor zwei Wochen schon gesagt, dass er sich zurückguckt. Ist er im Stream? Ja, ja. Aber er ist sehr still. Ich glaube, er ist... Er hat eine Frau bei sich? Ein Mann? Nein, ich glaube... Ein Haustier? Nein, ich glaube, er interessiert sich nicht mehr für uns. Wir reden nicht mehr mit ihm. Und dann... Oh, hast du gesehen, was er da macht? Was denn? Der gibt aus der Spritzflasche ein bisschen Mohnöl. Ja. Naja, ich habe den Dipper nicht mit. Also... Den was? Nein, dieses... Dieses... Dieses Kältchen da. Ein Kältchen? Dieses Kältchen. Dieses Kältchen. Das hätte ich dir doch laichen können. Oh, die Farbe ist aber auch gut. Also, mit Farben hast du das echt wirklich... Wood Spirit spielt auch Bass. Ah, das... Ja. Das ist doch das beste Instrument der Welt. Muss man auch wirklich sagen. Das stimmt. Sehr künstlich. Ich habe dich nicht vergessen. Melde mich die Tage. Okay, dann ist es gut, dass das auch so ist. Okay. Danke, sehr künstlich. Okay, okay. Ich hätte voll verstanden, dass du schon Kontakt mit Stefan persönlich haben möchtest. Deswegen bin ich dir dann nicht weiter auf die Nerven gegangen. Schön zu sagen, was die Pinsel machen nach einiger Zeit. Ja. Das ist zum Heulen. Mhm. Jetzt habe ich mir die ganz billig gekauft. Mit dem braunen Stiel. Die machen das schon vorne. Die haben halt nicht so eine geile Spitze. Hast du die I Love Art mal ausprobiert? Ja. Aber die sind für meine Geschmack mir ein bisschen zu weich. Mhm. Das stört mich ein bisschen. Und sie sind nicht schlecht. Muss man auch sagen. Eine schwarze Miezekatze, schreibt Konstantin Sascha. Ja. Echt gut. Ich finde ja auch dieses Haus, äh, dieses, dieses, dieser Kombi, der links steht, dadurch, dass du die… Man erkennt ihn schon, gell? Und dadurch, dass du die rechte Seite gar nicht mehr malt hast, die Farbe haut aber… Farbe haut aber… Farbe haut halt voll hin. Das ist irre gut. Ja. Meistersinger schreibt… Könnte man fast so lassen. Ja. Also die Freud Band. Bettenreiter, wir sind klimaneutral. Oder eigentlich noch so. Ja, da. Freud. Ne, die Band Freud in ihrer Praxis. Ah. Ah. Meistersinger hat einen Link zur… Ah, der hatte ich schon gegoogelt. … zur, zur, zur Band. Fertig. Wow. Aber wenn du es jetzt noch leuchtender machen möchtest, dann haust du noch einmal ein bisschen mehr gelb orange drauf, oder? Daniel Handling schreibt, also lieber Spachtel, weil du die weniger schnell kaputt machst. Lieber, was? Lieber Spachtel, weil die nicht so schnell kaputt wird. Mhm. Und schneller sauber. Mhm. Weil sie nicht so schnell kaputt wird? Spachtel. Ich spachtel lieber, weil sie nicht so… Pfff. Sauber, ja. Kaputt. Also ich zerstör Spachteln. Boah. Letztens hat mir ein Foto geschickt. Ich hab dem Stefan eigentlich ein Foto geschickt. Von seinem Spachtelgemetzel. Aber die hast du nicht abgenutzt, sondern abgebrochen, oder? Durch… Wow, jetzt kommt der Bremslicht-Effekt. Das ist also das… Ja, da sag jetzt ganz viel dazu, was du tust und warum du das tust. Genau. Ich hab das jetzt… Ich mach das jetzt… Ich wäre eigentlich noch gar nicht so weit gewesen. Mhm. Und eigentlich ist das Rot auch ein bisschen zu orange. Mhm. Das heißt, du hättest mir orange drunter, rot drunter und dann… Ich hätte eigentlich… Ich hätte das gern mit einem Cadmium-Rot-Mittel gemacht. Ich hab jetzt aber ein Cadmium-Rot-Hell und ein Cadmium-Gelb-Dunkel. Okay. Aber du kannst… Nimm nur das permanent rot. Ja, stimmt. Das ist recht. Also, ihr habt dir das vorhin angeboten. Ja… Ich weiß. Meistersinger fragt, wann die Tüte endlich leer ist. Also, das endlich hab ich jetzt dazu erfunden. Muss ich jetzt fairerweise sagen. Keine Pizza heute. Wollt ihr Pizza haben? Na, ich nicht, danke. Okay, dann nicht. Ich hab schon… Und Ralf hat… So fettige Finger, das ist gar nix. You want? Ah, danke. Dann leg's mir hin. Danke. Ich leg's dir da hin. Ich muss noch aufpassen, dass er das mitnimmt. Die ist extrem teuer, diese Vernissage von Gerstecke. 7,46 Euro. Die ist jetzt echt nach oben gegangen. Da ist der Kopf im Bilde. Ich hab mir heute eins gekauft. Was er permanent rot? Nein, ein Zinkweiß. Ey, und wie sind denn diese Bösner im Vergleich dazu? Genau so. Genau das gleiche, oder? Also, ich hab jetzt nur ein Weiß vom Bösner probiert. Ihr habt den eben nie probiert. Ja. Aber ich war neulich beim Bösner eben und hab das, nachdem ich einen Zinkweißverschleiß hab… Das lustige ist ja das hier, dass das ja eigentlich ins Crimson geht da, bei dem… Ja. Das da… Also, man kann sich ja ewig spielen. Aber die Anatomie von Miss Kübel Autos hast du schon ziemlich drauf, oder? Ja, also… Also, wo welche Verstrebungen vorgehen und so… Ja, naja, gut, ja. Das ist halt so eine… Wirst du schon gesponsert von den 48ern? Kriegst du zum Beispiel dann solche Kleidung zum Malen? Ähm… Die wäre doch wirklich extrem robust und farbabweisend. Ich müsste jetzt, apropos Kleidung, jetzt auch einmal mich um den Typen kümmern hier. Mhm. Ja. Finde ich auch. Ja, oder? Ja. Müsste ich jetzt einmal da irgendwie jetzt so das Mandel einmal da hin machen? Du legst ja jetzt auch eher eine dezentere Farbe an. Um sie zu steigern, oder? Ja. Also ich… Irgendwie muss man ja anfangen. So. Da oben ist eigentlich nichts. Da ist… Warte mal… Aha. Na gut. Da machen wir… Da legen wir was Dunkels hin. Es geht Richtung Niederlande. Niederlande, oh Niederlande, ja, ich bin der Kampion. Weißhäuden von Oranien sind da den Zentrum. No way. Wahnsinn. Echt, wirklich? Du hast auch nicht einmal gescheite Schulausbildung und jetzt kannst du Niederländisch. Deutsch. Fangesänge. Achso, okay. Ist das Fußball? Ich glaube, ja. Das ist schon cool, wie das so entsteht. Jetzt kann ich das mal so sehen. Siehst du sowas. Ja, sehen wir, wie man gescheit malt. Siehst du mal, wie man sich selber kann man ja nicht zuschauen irgendwie. Ja, das stimmt. Doch. Du schaust davon. Aber du schaust dann die Streams ja nie an, oder? So viel Lebenszeit habe ich gar nicht. Doch, manchmal schon. Manchmal, wenn es mal schlecht geht oder so, dann schaue ich mal, oder wenn ich das Gefühl habe, das war echt ein guter Stream, dann schaue ich das an und dann denke ich mal, das ist richtig lustig. Also das Kompliment geht auch an dich. Danke. Das ist echt unterhaltsam. Also wenn es dir schlecht geht, dann schaust du den Stream an, wo ich auch male, dann weißt du, es kann auch viel schlimmer sein. Nein, es geht nicht immer ums Malen, ehrlich gesagt. Also, super die Farbe. Ja, es ist jetzt, ich bin jetzt ein bisschen voreilig, aber ich muss ja... Das ist schon gut, das ist schon gut, weil du kannst ja dann immer noch nacheilig sein. Ah, leck mich. Also ich habe echt noch darauf gewartet, dass du die Stockwerke zählst und dann bei den Fenstern die... Ja, genau. Aber würdest du... Ah ja, okay. Ich lasse ihn mal malen. Ja, ja, nein. Zack. Zum Beispiel diese Strukturierung von diesem Gebäude mit der Glasfassade. Die malst du dann wahrscheinlich mit der Malspachtel rein, so Linie, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Das muss ich mal... Das würde ich ausprobieren, wie es am besten funktioniert. Ah, okay. Ja, warte, Entschuldigung, ich muss immer die Luft anhalten, wenn ich... Annette Beyer schreibt, Hammer! Ja, da oben. Hammer! Hammer! Ja, Vorsicht, wenn du darauf zeigst... Oh, du bist mit dem Kopf davor. Wo bin ich? Wo bin ich? Du warst jetzt gerade mit dem Kopf davor, die sehen gar nicht, was du machst. Ach so. Ja, aber sie sehen dann nachher... Ja. Nein, das ist ja nicht so schlimm. Kopf hin, Kopf weg und dann... Wow! Überraschend. Schärfe passt. Ja, ja, Schärfe passt. Also da oben sind wir die roten Linien. Ah ja, okay. Das ist die Kantenanhebung nennt man das. Kantenanhebung. Ja, Focus Peaking. Du kannst da irgendeinen Fachausdruck aus dem Ärmel schicken. Bist du verrückt, Meistersinger. Mal den Echten gefragt. Schaust du dir die Ausstellung von Blaswitz in Wien an? Blaswitz? Ne, das ist... Da gibt es eine Blaswitz-Ausstellung in Wien. Ich habe schon zu viele gesehen. Also willentlich... Oh, cool. Willentlich nett. Ich kann das jetzt wirklich so... Ratzfatz hat er das jetzt hingebezaubert. Das ist ja Wahnsinn. Es tut mir leid, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, weil er einen Schädel davor hat. Aber wenn er zurückgibt, dann sieht er das ein... Oh, cool. Ich finde das ja auch so genial. Ich habe den Schädel davor, das Stefan malz schnell hin. Und dann ich den Schädel zurück und sage... Ey, die Wirkung... Weil nämlich... Winz, ich weiß nicht, hast du schon mal auf dem Monitor geschaut? Nein. Weil nämlich, wenn du dein Bild... Also das ist dann so... Wenn du nämlich keinen Abstand hast, ne? Mir hilft das manchmal, dass ich dann auf dem Monitor schaue. Und dann siehst du echt wirklich die Wirkung, die... Schaut witzig aus, ja. Ja, das ist so, wie wenn man sonst kein Handy fotografiert oder... Oder wenn du sozusagen 10 Meter in deinem Atelier vom Bild weg gehst. Kannst du das? Ja, im übernächsten Raum im Klavier... Doch, 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 doch. Oh ja, oh ja. 10 Meter? Nein, 10 Meter geht nicht. Okay. Keine Ahnung, 5 sind das, glaube ich, oder so. Immerhin. Das ist aber wichtig, dass man es macht. Ja, voll. Dirk König schreibt super cool, Konstantin Sascha schreibt wow, genial. Scheiße. Jetzt bin ich abgemeldet. Also nächste Woche, Winz. Jetzt sind wir wieder da. Der Arsch kommt nimmer. Oh shit, warte, ich muss die Hunde machen. Rot malst du in den Schritt rein. Das ist aber querlich. Ja, okay. Das ist ein blutiger Stuhl, würde ich sagen. Also, okay, ja. Das ist cool, wir sehen das ein bisschen besser als ihr. Mhm. Spiegelt es für dich die Leimann? Spiegelt nur auch. Nee, ist gut, ne? Eigentlich nicht. Mhm. Ja, ich würde es jetzt halt schon noch ganz gerne ein bisschen verfeinern. Mach das, mach das, mach das. Du kannst ja auch einen Fokus machen. Also du kannst ja den Rest kannst ja noch, du hast ja auch Mohnöl drin, das trocknet doch sowieso in 5 Wochen. Also mich würde es echt interessieren, wie du diese spiegende Fassade, wie du die Unterteilung in den Fenstern machst. Ach so. Also jetzt, das ist mein persönliches Interesse. Ja, ich würde es einmal, ich würde es einmal, ich habe mir extra einen neuen Bindel gekauft. Heute beim G? Heute beim Gerstegger, der war angeschrieben mit 11 Euro, daneben war ein Zettel geschrieben, er kostet nur, er ist in Aktion und kostet nur 14 Euro. Und an der Kasse hat er 10 Euro gekostet. Verstanden habe ich es nicht. Aber ich habe mich gefreut. Verwirrte Preispolitik bei der Firma G. Also irgendwie, ich habe da nicht, ich wollte da noch fragen, aber ich habe mir gedacht, frag lieber nicht, sonst wird er wieder teurer drauf. Oh, du kriegst ein Dankeschön. Winswoch, schreibt Maxot. Ja, Winswoch. Winswoch. Es ist auf jeden Tag an Vinzenz, dass wir teilhaben dürfen und dass er hier im Winswoch-Stream Das ist jetzt leider sein Rücken, kann man sagen, den er jetzt seht. Oh, Entschuldigung. Ja, danke, das freut, also gerne. Mir macht das auch großen Spaß. Ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt hier mal irgendwie schauen. Das sieht keiner. Eine Unterteilung hier zusammen bekommen. Genau, jetzt sehen Sie es. Aber ich habe die hier gemeint. Du zählst nicht die Stockwerke. Ja, aber das ist ja... Ja, ja schon, aber ich muss ja mal wissen... Er muss ja wissen, wo die... Ah, okay, okay. Da geht es um Perspektive, hm? Ja, schon. Also wenn ich jetzt sage, dass der Punkt hier ist... Mh... Man kann ja auch... Man kann sie auch... Man kann sie auch... Man kann sie auch wirklich viel billiger machen. Man kann ja sagen... Äh... Ui... Also normalerweise würde ich jetzt halt so... Da oben habe ich sie zum Beispiel schon. Sie stimmt auch hoffentlich. Ja, und dann würde ich... Ja, und dann würde ich... Da mal so entlang gehen. Mhm. Wieder mal schauen, ob das funktioniert mit dem... Mit dem Pinsel überhaupt, was ich da mache. Ja. Wir schauen, dass es nicht zu schwarz ist. Was sieht aus? Ja. Ja. Das ist eher blau, ne? Ja, eher blau. Die Arne Bayer findet den Himmel zu dunkel. Pff. Ja. Ja, das stimmt. Den Himmel könnte man noch heller machen. Ja, aber das ist echt ein Anfängerfehler, dass man den Himmel zu dunkel macht. Ja, nein, deswegen sitzt du ja hinter mir. CBM Solheim schreibt, ihr habt es wirklich gut, in so einer Kunstmetropole zu leben. Baselitz Ausstellung und so weiter und einfach so in Museen gehen und zu malen. Davon kann man hier in der Wildnis nur träumen. Mhm. Stimmt. Das ist, muss man sagen, das ist natürlich schon echt ein Stadtvorteil. Aber auch Solidarität, Liebe, Libera, Liebe, CBM Solheim. Er geht zum Museum ins Museum. Ich gehe prinzipiell nicht raus. Ja. Er kommt nur am Mittwoch raus. Mittwoch. Nur euch zuliebe. Ja, Mittwoch, Mittwoch, da ist der Ralf da. Aber ansonsten geht er eigentlich nie aus dem Haus. Man könnte es natürlich auch so machen. Man könnte es natürlich auch, man kann es auch viel billiger machen. Das war aber schon billig, hast du gesagt. Geht es noch billiger? Man könnte jetzt auch, jetzt habe ich aber nichts mit diesbezüglich. Was brauchst du denn? Das ist eine große Spachtel. Ja. Das ist eine richtig große. Ja, ja, ja. Jetzt geht er in Sachen. Ja, ja. Ich hole dir die. Mach du mal weiter. Ich hole dir die. Geht's alle weg? Ja, lasst's mich allein. Geht's nur. Ja, ja. Eine große Spachtel holen. Wie lange braucht es? Muss es sein? Oder hast du, weil ich bin, ich habe zum Beispiel hier den Fehler gemacht. Ich bin da viel zu stark gekippt, ja. Okay. Von der Perspektive. Da wäre es schon cool, wenn die Perspektive ungefähr stimmen würde. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ich wische das wieder weg. So, das kann man ja. Ich habe ja da so viele Farbe drauf. Das wische ich einfach weg. So, Zeit. Gut. Schon ein cooler. Steuer, Apple Z. Ja, Apple Z. Und dann mache ich mir mit der Spachtel, genau. Die ist eh cool. Warte. Bin gleich soweit. Rückmützwindswo. Oder ein Linear. Ja, nimm die. Ja, okay. Und dann zeige ich einfach, wenn hier mein Fluchtpult ist, dann mache ich mir einfach so Hilfslinien. Ohne Farbe. Mit Farbe. Ja. Ah. Cool. Dann schau, dass das ungefähr da hingeht. Ich bin stolz auf dich. Habe ich ja gesagt, dass die Chips noch nicht leer sind. Aber fast. Ups. Da bin ich jetzt ein bisschen ausgerutscht. Konstantin Sascha schreibt, hey, grüße ich, Ralf. Gebt mal einen Daumen ansporn an die Zuschauer. Also. Wenn ihr das gut findet, was der Winzy hier macht, lasst bitte einen Daumen da. Und kommentiert. Guter Fusch ist keine schlechte Arbeit. Nicht zurückwins. Nicht zurückwins. Ich habe heute in Salzburg im Museum der verlorenen Generationen. Meistersinger schreibt, man hört es. Weißt du was, ich esse dir jetzt einfach deine Chips alle weg. Da ist nicht mehr viel drin. Ja, ich esse dir trotzdem jetzt weg. Mhm. Aber weißt du, ich kann Chips essen wie ein Ninja. Wie ein... So. Das erwärbt keiner. So. So, ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und jetzt tue ich es hier einfach wieder weg. Mhm. So. Und hier weg. Ja. Das ist ja alles Wurscht, oder? Mir ist alles Wurscht, ja. Und jetzt könnte ich es auch noch... Das könnte ich noch verstärken, ne? Ja, ist ja gut. Der Effekt. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es über der schwarzen... Wie soll ich sagen? Über der schwarzen Ritze, wenn es da hell ist, dann passt es genau wie auf der Vorlage. Aber du hast jetzt trotzdem... In dem Fall passt es, ja. Hast du die Dinger abgezählt? Uh, habe ich jetzt nicht. No, he didn't give a rat fart. Ja, naja, aber das... Würde ich normalerweise schon machen. Würde ich aber schon machen. Ja, ja. Weil ich mehr Zeit hätte. Weil soweit fühle ich mich der Authentizität dann dort so ver... Verpflichtet, ja. Ja. Ja, vor allem... Also ich habe es ja bei mir oft im Hintergrund, wenn ich dann irgendwie... Eigentlich hätte ich die Linie noch gar nicht weg... Achso, ja. Entschuldige. Nein, nein, passt schon, passt schon. Und ich ärgere mich dann immer, wenn ich es zuerst irgendwie schlampig mache und dann draufkomme, dass da irgendwo dann doch ein Stockwerk mehr ist. Weil es halt dann in der richtigen Architektur doch anders funktioniert und anders ausschaut. Ich versuche jetzt doch noch so ein bisschen diese Häuser dann weiter auszudefinieren. Moni schreibt, Winzy darf gern wiederkommen. Ja, gerne, gerne. So. Oh, Dietmar Stiller schreibt, das Leben ist zu kurz um Etagen und Fenster zu zählen. Alte Sketcher-Weisheit. Das stimmt. Der Dietmar Stiller ist, abgesehen von den vielen anderen Dingen, die er tut, ist auch ein Urban Sketcher. Ja. Ich glaube, das habe ich mitgekriegt, ja. Schauen wir mal. Da kann man auch noch, wenn man jetzt Zeit und Musse hat... Das verjüngt sich natürlich auch, ja. Wie viele Fenster hat man da, ich weiß nicht. Aber das ist cool, du hast so viel Farbe auf der Fläche, dass du einfach mit dem Finger wegratierst. Und Werner Träuber schreibt, Orangefigur im goldenen Schnitt, echter Sogpunkt. Ja, und jetzt kann man natürlich, und jetzt kann man natürlich noch so ein bisschen, jetzt kann man natürlich generell noch so ein bisschen hineinzeichnen wieder, ja, so die Zeichnung zurückbringen. Ja. Und jetzt habe ich die Fenster verpasst. Ja, das... Ja. Ach so, du jetzt glimperst, du jetzt raschelst, du jetzt glimperst. Ich habe noch einen Schiff zwicken. Ja, aber in Amerika müsstest du den Alkohol in der Tüte drinnen haben, gell? Ich stelle mir mal ein Glas in der Mitte. Das ist sehr blau geworden. Okay. Also du machst jetzt wirklich... Nein, das ist jetzt nicht nur Zeichnung, das ist schon wieder Flächen. Aber das wird ja die Struktur der Gebäude... Wie detailliert glaubst du, dass du werden musst? Also entscheidest du dann Hintergrund weniger, Vordergrund mehr, oder wie machst du das? Du meinst, wie entscheide ich, wie... Ja, hier... Tendenziell hinter... Naja, wenn du da jetzt lauter Fenster reinbaust, ist das zielführend? Sollte das sein? Okay, mach das. Ja, aber das sind ja nicht lauter Fenster, das sind ja... Ja, und wenn mich jetzt irgendwas stört, weil ich mir denke, das war ich jetzt einfach zu genau und zu harte Kanten, ja... Ja, dann kann ich... Jetzt kommt mein berühmter... Dieser Pinsel hier. Ja, entweder vor das Bild oder vor die... Vor das Bild ist besser. Ich hab schon wieder auf den... Ja. Lieber Stefan, ich danke dir, dass du da nicht... Sein Pinsel jetzt nicht mehr gibt. Ich bin ganz verzweifelt. Dass ich meine Pinsel... Aber ich bin jetzt... Überall... Überall dort, wo mir die Kanten zu hart sind und wo ich eigentlich keinen Fokus haben will, ja... Kann ich dann auch das Bild sozusagen wieder zerstören, ja? Ich freue mich jetzt schon auf die Bilder in der Nützwochgruppe. Beziehungsweise... Beziehungsweise eine Bewegung herstellen, ja? Boah! Der bremst und flitzt gleichzeitig. Ja, so nach vorne, ja. Also ein bisschen denken wie ein Fotograf. Ja, die Blende ist nicht ganz... Die Blende ist offen, so, ja. Max Hotz schreibt, Vinzenz, super gut, wie du deine Scribble-Expertise in die Ölmalerei einbaust. Und Meistersinger schreibt, rechts neben dem Müllwagen schaut es etwas gedrungen aus. Rechts neben dem Müllwagen schaut es gedrungen aus. Der Müllwagen geht noch ein bisschen in die Tiefe. Und ich hab den... Na? Ist das... Vielleicht meint er das. Und Dietmar Stiller fragt... Da ist tatsächlich noch was, ja. Dietmar Stiller fragt, ist das der Weichzeichnerpinsel? Das ist der Weichzeichnerpinsel. Das ist der Weichzeichnerpinsel. Das ist ein geniales Teil. Falls jemand weiß, ob es den noch gibt oder nicht... Der ist so ausgefranst, oder? Genau, der ist so ausgefranst. Es gibt ihn schon... Es gibt ihn noch von... Von einer anderen... Es gibt... Der Bösner hat ihn so als Eigenmarke. Aber der hat irgendwie einen... Der hat irgendwie einen kurzen... Der hat irgendwie einen kurzen Stiel. Das ist ihm so komisch. Kurze Stiele mögen wir nicht, oder? Ich hab gesehen, du hast da... Auf deinen Pinseln hast du lauter so Beilagscheiben drauf gesteckt. Ja. Das ist lustig. Darf ich dich fragen, warum? Ach so. Das hab ich, weil ich zu Hause eine Magnetleiste hab... Und wo ich die Pinsel... Wo ich die Pinsel hingehe. Ah. Das ist super, ja. Okay. Fuck. Cool. Ja. Breiter muss der sein, der Müllwagen. Ja. Oder? Ja. Da. Und vor allem, was ein Auto oft zum Auto macht... Sind Reifen. Sind die... Rückspiegel. Ist der Seitenspiegel. Ah. Ach so. In Österreich sagt man Seitenspiegel. Wir sagen Rückspiegel. Also 87 Daumen nur. Ja. Hm. Na gut. Ja. Also da... Das Müllauto... Da müsste man noch ein bisschen mehr Liebe reinbringen. Gino, der Pinsel ist eher weich. Also dieser Weichzeichner Pinsel. Ja, der ist weich und hat so... Hat dann so... Hat dann so... Das ist so ähnlich wie wenn du beim Friseur bist. Und die kommen dann mit dieser komischen Schere zum Ausdichten. Der Ralf kennt das nicht. Der Ralf kennt das schon mit seinen vielen Haar, aber du kennst das nicht. Leute. Ey, ich bin sowieso nicht mehr ganz dicht. Ja, genau. Ausdichten. 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 Ein, äh... Rein zu bringen. Der Kopf ist ein bisschen groß geworden, ne. Cool. Ein Kopf. Also der, der, der Mann ist echt extrem überzeugend. Mhm. Wahnsinn, von Farben her ist das irre. Ja. Nein, es ist echt, dieses Orange... Das ist einfach... Also... Cadmium. Das kannst du wahrscheinlich schon nicht mehr leiden. wenn man dich irgendwie ab deines Oranges lobt. Aber das ist... Ja, aber das ist so ein bisschen Licht... Diese Licht- und Leuchteffekte sind wirklich... Das ist einfach die Farbe auch. Ja, ja... Naja, sicher ist es die Farbe. Was soll es denn sonst sein? Aber... Das ist schon geil. Mhm. Na, dann machen wir noch ein bisschen was in die Richtung. Warte mal. Aber zuerst muss ich ein bisschen vorarbeiten. Das heißt, die Basis von den Lampen, Lampen, das die jetzt schaffen. Ja. Und da schaue ich aber, dass ich hier dunkel bin. Von den Lampen. Mhm. Also das heißt, du arbeitest eigentlich auch vom Prinzip her, dass du... Dass du manchmal eher ein bisschen dunkler und auch gebrochener drunter malst, um dann die Farbe draufzulegen und immer reiner zu werden und zu steigern. Dann ballert sie schön, ja. Das ist... Also da kommen wir wieder zum Spruch, wer das Grau beherrscht. Und... Den Spruch kenne ich leider nicht. Also das heißt, wer das Grau beherrscht, beherrscht die Farbe. Ah, okay. Okay, okay. Das ist ein toller Spruch. Hast du den erfunden? Ne, der geistert schon in der Szene seit dem Paleozehn rum. Also der Kreidezeit. Oder was auch immer. Ey. Meistersinger. Ja. Aber die Ampeln werden dann doch grün, oder? Wow. Aber es ist wurscht, ob die Ampel grün ist, wenn da der Miss Kübler steht und seine... Genau. Es ist völlig wurscht, ob die grün ist, weil wenn der mit dem Markler im Weg steht oder so, dann kommt... Uh, ah. Uh. 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 Hey, mit einem Spachtelstrich hast du das Ding gemacht und die Lampe. Uh. Also das ist... Hier kann man endlich mal sehen, wie einer zaubert. Jetzt sitze ich schon jahrelang hier. Ja. Und endlich sehe ich einmal wen zaubert. Tja, du sitzt echt auf einem wackeligen Posten gerade. Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Wenn du bedenkst, du musst dann den Mittwoch mit deiner Familie verbringen, überleg dir das gut. Ja. Das ist die Swing Kitchen, ne? Das ist die Swing Kitchen. Ja, die Swing Kitchen. Warst du schon mal essen? Ja, also ich oute mich. Ich finde das gut. Okay. Ich finde veganen Burger. Warum nicht? Ich finde sogar die Musik gut. Was? Im Swing Kitchen. Da gibt es da Musik? Ja. Echt? Ja, ja. Ich fand den... Oh, ein nett Beier. Die hießen wir noch nicht. Ah. Ah. Da gibt es da Musik? Ach so. Die meint wahrscheinlich wegen dem Spruch. Ne, der hat es auf keinen Fall gesagt, weil der kennt sich mit Grautönen gar nicht aus. Der gute Adi Woka. Also das ist sozusagen der Kommentar von Annette Beier war, ich würde sagen Woka und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie Bezug nimmt auf den Spruch. Ja, wobei es war zuerst schon die Frage, wie spontan Realismus, wie heißt der? Ich habe es schon wieder vergessen. Woka. Spontan Realismus. Ja, nein, die Frage war an den Vincenz, was er davon hält, als Einstiegsfrage. Kennst du den Woka? Ah, ich? Ja, ich habe das schon mal gesehen. Ja, Vincenz hat schon seine Meinung dazu kundgetan. Du kannst das im Stream nachschauen. Machen. Wir schauen mal in den ersten Teil. Aber ich habe es nicht, um es schnell zu sagen, ich finde es nicht verwerflich. Also ich widme mich da jetzt nicht. Also es ist halt... Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber du hast doch solche Sachen, wie zum Beispiel so Ampeln. Du kriegst das ja echt noch fertig. Ja. Finde ich auch. Mhm. 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 Wenn wir schon dabei sind... Und noch eine Tüte? Welche Tüte? Die war halt leiser. Diese Lampen hier. Kann man auch noch machen? Ich kann mein Mikrofon ausschalten. So. Pass auf, jetzt brauche ich aber... Nein. Jetzt kommt das Grün. Jetzt brauche ich ein Phthalo-Grün. Phthalo-Grün. Boah. Grün. Kennst du das? Mhm. Nein. Ich habe das auch noch mit... Also das ist also dieses Grün. Was ist denn da für ein Blau? Das ist so wie wenn man Phthalo... Zulin-Blau? Phthalo-Blau. Ey, das ist Phthalo-Blau mit Weiß. Mit Weiß. Mit Weiß. Genau. So was kaufst du dir? Ja, so was kauf ich mir. Wir haben auch schon einmal drüber geredet. Ey, das habe ich vergessen. Das heißt, du verdrängt. Weil da hätte ich dich exkommuniziert. Aus meinem Freundeskreis. Tja. Hätte ich dich jetzt nicht zur Party eingeladen. Weil wir Glück gehabt haben. Extrem. Maxott, die Bar heißt Jenseits. Jenseits. Wie kommt das jetzt zu dem Thema? Wie kommen wir aufs Jenseits? Wie kommt man jetzt auf das Thema? Maxott schreibt an Stefan Nützl, wie heißt nochmal die Bar in Wien, in der du die Frau mit dem roten Kleid fotografiert hast? Die Mary. Da war der Winz dabei. Witzigerweise, das ist einfach, der Kreis schließt sich. Der Winz hat nämlich für ein großes Bild Fotos da drin gemacht und hat mich als Assistent mitgenommen. Und dann habe ich natürlich die Situation völlig ausgenützelt. Na klar. Und habe voll mit diesen zuckersüßen jungen Damen fotografieren dürfen. Ich war aber auch selber Modell. Winz auch. Also als Barbesucher. Das war tagsüber. Und leer. Annett Bayer hat mir auch gerade eine Tüte geholt. Ihr seid ein schlechtes Vorbild, was die Ernährung angeht. Das ist schrecklich, wenn du damit anfängst. Ich kaufe mir sowas nie. Boah. Bisschen zu groß geworden, der Batzen. Dann machst du ihn halt ein wenig kleiner. Dann schieb mir die Farbe einfach wieder weg. Schieben. Hast du aber schon ein ruhiges Händchen. Ja, das geht so. Irre. I love it. Endlich eine grüne Welle in Wien, schreibt Meister Singer. Ja, aber es ist total erstaunlich, was das jetzt ausmacht, diese grünen Punkte. Es macht statt gleich, ne? Irre. Und es ist nicht nur so leuchtend orange, sondern es gibt irgendwie einen guten Kontrast. Schatz, das war total schlampig. Ja, ich sehe da so einen Treppchen-Effekt. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Na schau, der Vorführeffekt. Das macht sowieso nichts, der Himmel ist sowieso zu dunkel. Na so, ja genau, den müssen wir noch heller machen. Das würde ich da nicht verkünsteln. Nein, ist er nicht zu hell? Der ist zu dunkel. Der nicht hat geschrieben, dass er zu hell ist. Schaut's an, was ich jetzt mach. Schaut's an. Wo? Also machen wir den Himmel noch heller. Machen wir den Himmel heller. Und den Sascha. Mega Leuchtkraft. Wie hat er das jetzt bei dem Grün gemacht? Da hättest du aufpassen müssen. Unten hat er Phthalo-Blau und dann hat er weißes Phthalo-Blau. Er hat zuerst ein dunkles Grün. Phthalo-Blau. Ja, habe ich Blau gesagt? Er hat zuerst ein dunkles Grün reingelegt und dann hat er... Dann ein bisschen ein helleres drauf. Also quasi mit weiß gemischt, oder? Noch einmal dieselbe Farbe. Ich würde jetzt schon ein Titanweiß nehmen. Ja, aber schon dieselbe Farbe mit weiß gemischt und dann noch einmal einen kleineren Punkt drauf. Ja, genau. So, also wie jetzt? Hellerer Himmel, oder was? Oh, der hat seine Palette zusammen gemacht. I like it. Was der Vincent so auch macht, ist, er mischt die Farbe und dann mischt er einfach... Also er lasst nicht die Farbe übrig und mischt sich dann daneben einen ähnlichen Farbton, sondern für den Himmel. Und er hat dann einfach über den... Kommt drauf an! Also ich las schon Farben stehen. Er hat sich zuerst die obere Himmelfarbe gemischt und dann hat er für die untere Himmelfarbe einfach ein weiß dazu gemischt und ein braun. Ja, aber das ist... Und hat dann die untere Himmelfarbe, aber er hat sich nicht die obere Himmelfarbe auf der Palette gespeichert quasi, sondern hat einfach... Ah, weiter gemischt. Die Farbe hat es praktisch... Ja, aber das machst du auch, oder? Ja, ich mache das auch und ich denke mir immer, shit, ich wollte doch so wie der Mützel die Farbe aufheben. Aber der Stefan macht das eigentlich auch nicht. Ich kenne das vom Stefan, dass er sich seine Farben immer neu mischt. Ja, er immer neu mischt, aber er hebt sich dann schon immer wieder was auf. Der Kopf war davor. Achso, deswegen das Grün. Ja. Ah, okay. Der Himmel ist zu dunkel, das Licht rechts hat eigentlich denselben Tonwert, schreibt Artianet. Das Licht rechts. Ja, das ist fast ein bisschen zu kalt, zu kaltblau, der Himmel. Oh, der Rackert. Ein bisschen Ultramarien reinmischen noch. Oh, der Mess. Wahnsinn, wie das alles schon ausschaut hier. Schau mal aus, Würschelstand? Wie spät ist es eigentlich? Egal. Total Würschel. Wahnsinn, die Zeit vergelebt. Alles, es schauen noch immer 113 Leute zu uns. Das reicht. Ja, es ist niemand, es ist. Ja. Niemand will ins Bett. Alle sind gebahnt. Alle sind gebahnt. Und alle Griechen in den Monitor hinein. Es ist aber super anzuschauen. Ja. Ich sehe schon auch. Du, ich hab das jede Woche. Ja, aber das ist so, wie wenn ich jetzt selber koche oder so. Ich finde, es schmeckt immer gleich. Ich gehe lieber zu Leuten, die für mich kochen. Ha. Na, oder Leute wie der Stelio, die einfach herkommen und für uns kochen. Ja. Also das nächste Mal möchte ich Stelio bitte haben. Solltet ihr mich wieder einmal einladen? In jeder Zeit. Ich glaube, du kannst dich jederzeit selbst einladen. Sag ich, wo ich selber nicht... Das ist mir zu weiß. Und da stür ich noch hin. Ich möchte es nur mal erwähnen. Ja. Also für die ZuschauerInnen, Zuschauerinnen und Zuschauer. Also wir werden das Binnensternchen weglassen. Also für die ZuschauerInnen und für die Zuschauer. dass auch wenn man jetzt irgendwie Farbe auf der Oberfläche hat, ist es doch so, dass man es immer wieder wegkratzen kann. Also das heißt, gebt euch nicht mit Mischungen zufrieden oder mit Flächen zufrieden, die ihr einfach nicht gut findet. Ihr könnt es immer wieder ändern. Ja, aber da hilft es auch, wenn man mit der Spachtel arbeitet, weil dann hast du eh schon das Werkzeug zum Wegnehmen auch schon in der Hand. Zum Beispiel. Aber man kann mit Pizze schon auch einiges machen und so. 115 Lucky Lucky Menschen. Ja, und wie viele Likes, wie viele Daumen hoch haben wir? Irgendwas mit 90. Ja, 92. Ey, schaffen wir die 100? Komm, wir schaffen die 100. Komm, lass uns noch 8 Daumen da. Das hat echt ein immenses Vermögen gekostet, den Vinci aus dem 5. oder 4. Bezirk, oder? 4. oder? Aus dem 4. Bezirk in den 16. zu fliegen. Dann hat er auch ein bisschen ein Jetlag gehabt, wie er dann hier angekommen ist und so. Und hat ein bisschen Spaß angeschaut und so. Da wäre ja eigentlich noch was. Da wäre noch dieses Dach gewesen. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Die Bücher dieses Hauses sind jetzt dachlos. Ja, genau. Das geht ja gar nicht. Ich stehe schon vor wenigen Pinseln? Nein. Immer den. Was? Ich glaube, mein Essen gibt es, Stefan. Himmelscheiben-Nepra, guten Abend zusammen. Himmelscheiben-Nepra, du warst schon lange nicht mehr da, oder? Schön, dass du wieder da bist, ja. Chewara, eine Grünhandel gibt es noch. Echt? Was hast du im letzten halben Jahr verpasst? Stefan ist jünger geworden. Und wir haben einen zweiten Sideshow-Bob. Ja. Ich schaue nicht jünger aus aus der Stefan, wenn du das meinst. Gina MM schreibt, also auf alle Fälle nehme ich das nächste Mal auch eine Spachtel zur Hand. Danke für die Inspiration, echt super, Vince. Gerne. Spachtel ist super. Das macht Spaß. Und Meistersinger schreibt, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich am Anfang nicht gedacht habe, dass der Vincent so einen Detailreichtum hinbekommt. Und bravo. Ja, eigentlich sind es ja gar keine Details. Ich meine, eigentlich sind es ja nur Fake-Details. Das ist ja irgendwie so... Ja, was aber schon auch so die Sache ist, dass die Grundbasis ziemlich gut ist. Wir haben 100 Likes. Ja, Annette Bayer hat sich extra als ihr Mann angemeldet damit. Also, Prost, Ralf. Also, Vinci, was ist mit dir los? Schau mal bitte das Glas an. Ich bin ein Schwein, das ist ein Wahnsinn. Ja, und trinken tust du auch nicht. Ja, echt, das ist ein Wahnsinn. Das ist doch kein Spaß. Prost. Danke für die Einladung, danke fürs Zuschauen. Außerdem habt ihr jetzt mal einen Original Wiener am Start, würde ich sagen. Ja, einen richtigen Eingeborenen. Die jubische Lebra war schon lange nicht da, aber das soll sich 2023 ändern. Ja, gute Sache. Ja, genau. So, ich habe in der Zwischenzeit meine Schürze in die Ölfarbe gedrückt. Und meine Schuhe angemeldet. So, kass, soll ich dich da noch was zu trinken? Du bist mit den Öffis da, oder? Ja, ja, aber ich mache es schon selber. Aber ich habe mir gedacht, ich warte, bis ich irgendjemandem anderen auch etwas mitbringen kann, und dann fühlt es sich irgendwie so selbstlos an, wenn ich gehe. Ich habe meine gelben Sneakers... Na gut, dann gehe ich gar nicht selbstlos selber aufs Klo. Also, gehen wir aufs Klo. Was ist es denn für ein Gelb? Newsletter, ach ja genau, das habe ich schon gemacht. Also nebenbei, Wood Spirit, ich habe dich in meinen... Oh, leck ist der Stuhl warm. Bist du... Oh, bist du ein warmer Bruder. Ich bin aber ganz schön weit draußen aus dem... Stört es dich, wenn ich ein bisschen näher komme? Ach, ich sage das, diese Synergien, die da entstehen. Wir müssen alle zusammenhalten. Ich sage es dir, wie es ist. Na ja, weil gerade in dieser Kunstwelt finde ich irgendwie so... Das ist ja immer... Ja. Aber andererseits muss ich ehrlich gestehen, habe ich wirklich durch gerade Malerkolleginnen und Kollegen immer wieder total gute Sachen haben sich ergeben. Also Ausstellungsbeteiligungen und Kurse und einfach wirklich guter Austausch. Also es ist nicht so, wie man immer denkt, dass das Ganze ein Hauen und Stechen ist, sondern es ist eigentlich eher positiv. Also ich habe sie sehr positiv kennengelernt. Und natürlich auch das Miteinander Malen und... Das ist ja auch gut. Jemanden über die Schulter schauen zu dürfen, ist auch gut. Hm. Aha. Superwoods Bild. Hervorragend. Moni, ich liebe diesen Dialekt. Welchen? Deinen? Oder meinen? An alle. Und weil mir heute wieder klar wird, was für eine grandiose Qualität hier potenziell kostenlos geschenkt bekommen, habe gerade meinen Obolus über Paypal überwiesen. Dankeschön, Max Ort. Wie gesagt, ich glaube der Ralf hat es dann schon irgendwie mal angesprochen. Oder hat er es heute angesprochen? Ja, kannst du mal anfangen. Ein Schaffensloch, eine Inspirationseppe, gedämpfte Kunstbegeisterung sind nicht so einfach zu überwinden. Es ist wie eine Schaffensdepression. Ja, das kennen wir alle. Kennen wir alle. Ist so. Mann, das ist cool. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr... Mach mal glatt hier, da. Wenn ihr da über Paypal oder unten in der Videobeschreibung ist die Kontonummer. Wenn ihr den Kanal unterstützt, wenn euch das was wert ist. Weil, wie gesagt, also der Privatchat vom vierten Bezirk war echt sau teuer. Muss man einfach sagen. Ja. Oder war es ein Uber? Du bist in den Öffis gekommen, oder? Ich bin mit den Öffis gekommen. Aber du hast ja wenigstens einen Führerschein. Das muss man auch sagen. Cool. I like it. Es ist echt irre, wie dann immer jedes Element dann so ein bisschen so ein Geschmack... Ich nenne es immer so einen Geschmack ranmachen. Es ist so wie die... Immer noch so eine Nuance dazu gibt, das dann manchmal nicht wirklich fies sein muss, aber das dann plötzlich das ganze Bild umkippen lässt. Aber ich muss schon sagen, du bist schon echt gut mit Perspektive. Das muss man einfach mal so stehen lassen. Danke für die... Also, da hast du echt in den letzten Jahren richtig reingetigert. Ja, cool. Love it. Aber wie gesagt, Perspektiv... Ich finde, Perspektiv ist etwas, was jeder lernen kann. Das hat mit Talent nicht so viel zu tun. Und was sich total auszahlt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also, wenn ich das noch anbringen darf heute an alle, die ja auch malen. Das ist wirklich... Das bringt's, finde ich. Dass man sich damit auseinandersetzt. Dass man sich damit auseinandersetzt. Wie... Indem man, keine Ahnung, sicher mal ein Buch oder so... Und dann mal wirklich ein paar Übungen macht. Naja, weil, weißt du, das ist ja auch irgendwie so eine Sache... Ich bin immer so zwiegspalten. Es gibt ja die zwei großen Themen. Das ist Perspektive und das andere Thema ist... Anatomie. Ja. Also, weil das sind ja relativ komplexe Themen und da kann man natürlich endlos was machen. Aber ich finde auch, wenn man zu viel macht, wird man zu verkauft. Dann verliert man das Intuitive. Ja schon. Aber man braucht die... Man muss die Grundlagen wissen. Und das ist das, ich glaube, darum geht's, oder? Aber um intuitiv Perspektive richtig zu machen, bedarf es ein bisschen Übung. Das behaupte ich jetzt einmal knallhart. Aber was heißt Übung? Was machst du mit Übung? Übung heißt, ich mache jetzt einmal wirklich eine Zentralperspektive, mache einen Fluchtpunkt, also schau, wo ist der Horizont, mache einen Fluchtpunkt, ziehe die Linien, schau, dass das dann noch wirklich sich verjüngt. Ja, also so nach dem Motto, wenn ich eine Toilette mache oder einen Laternenpfosten. Und mal wirklich mir einmal so die... Einfach diese ganz grundlegenden Gesetze anschaue. Ich finde das schon wahnsinnig hilfreich. Weil ich finde, dass es Bildern total hilft. Max Ott, mega Abend heute aber auch. Und wie war dein Abend? Mega! Mega! Um mal ein neudeutsches Wort zu finden. Mega! Mega! Ich habe ja am Freitag noch wieder ein Konzert, am Samstag noch ein Konzert und am Sonntag noch ein Konzert. Wahnsinn! Ich habe All-Inclusive genommen bei den Resonanzen. Dein Schädel ist schon wieder am Weg. Ne, Anrichtung. Ja genau, so kann man es sehen. Kann einem am Ohr vorbeischauen. Esther schreibt, guten Abend, habe mich nun auch extra angemeldet, um euch den Daumen zu geben. Yeah! Die Esther? Ja, Esther. Cheers! Wieso? Du bist doch sowieso normalerweise dabei. Bist du die Alkoholbeauftragte aus dem Rhein-Main-Gebiet? Dann kenne ich dich, Esther. Aber du bist doch schon öfter dabei gewesen. Hast du geografisch aufgeteilt unterschiedliche Alkoholbeauftragte? Nein, in Hannover war sie in Hangover. Und das war wirklich Hangover, haben wir dann bei einem der Kurse, es ist echt entglitten. Also wenn das Bier nicht ausgegangen wäre... Dirk König schreibt, PayPal überwiesen, bitte Winz mit einladen. Ja, okay. Ja! Ja, dann erinnere ich doch gleich nochmal irgendwie an den PayPal-Link. Hab ich schon. Also ja, da war ich nicht da, dann gilt es nicht. Aber der Knackpunkt ist, wir haben nämlich gleich um die Ecke zwei Straßen weiter, haben wir unseren Lieblings-Jogo, oder? Dürfen wir das so sagen oder ist das politisch unkorrekt? Nein, das kann man sagen. Weil, das ist manchmal so kompliziert, Kroate, Serbe oder Mazedonier oder man weiß es nicht. Es ist definitiv ein Serbe. Also Serbe? Dazu formuliert? Ja, schon. Auf jeden Fall, das ist unser Lieblings-Restaurant. Also wir gehen immer auf ein romantisches... Wir sollten auch mal wieder ein Geschäfts-Essen machen. Du sagst romantisch und entspann dich nicht. Das finde ich schön. Ich will einen neuen ausprobieren mit dir in Bosnia. Uh. Ja. Wo? Auch nicht weit weg. Hier? Naja, nicht so nah. Oh, Neidwig hat 5 Euro gesparen, Serbe! Danke Neidwig! Yes! Dankeschön! Geil! Wow, jetzt geht es aber echt hier ab. Wahnsinn! Also man muss schon sagen... Cool, Vince. Das mit dem Bus... Findest du das wichtig, dass das drin ist? Das ist jetzt die Fangfrage. Voll wichtig. Okay. Finde ich auch. Und das coolste ist, dass... Auf das habe ich die ganze Zeit gewartet, Vince. Auf das habe ich die ganze Zeit gewartet, dass du das machst. Das hat mich die ganze Zeit schon genervt. Und da nämlich auch. Ja, exakt. Nein, also was mir noch fehlt, ist die Spiegelung von dem... Die warme Spiegelung, also das warme Weiß vom Hausdrehen. Von der Fassade, ne? Ja. Ja. Da geht noch was, wenn sie... Aber die Seite vom Lieferwagen ist noch immer nur die Grundierung und die Vorzeichnung. Und das ist ja total gut. Das braucht man nicht. Das ist total gut. Ja, das braucht man nicht. Ja, das... Ich finde schon cool. Ich finde es ja so interessant an jemandem so zuzusehen, wie so dieses malerische... Weiß nicht, was ist das nicht im Gehirn? Dieser malerische Muskel funktioniert so von der Wahrnehmung her. Also wie er so Sachen sieht und was ihm aufhört und was er dann malt, finde ich total genial. Ja, das ist echt super. Ja, das war ja echt eine interessante... Also ich weiß nicht, wie man das wissenschaftlich irgendwie... Psychologisch. Wann ein Maler was malt? Ja, Timo, der Lieferwagen hat immer noch keine Farbe auf der Seite. Das ist immer nicht mal. Ja, das ist richtig. Aber der hat schon Farbe auf der Seite, nämlich die Grundierung. Und der Dietmar Stiller hat zurückgezogen die Hinweise, dass er gerne noch die... Er hat es zurückgezogen. Hast du es nicht gemerkt? Doch schon. Ich habe es gerade gelesen, hier habe ich auch nicht gemerkt. Vom Lieferwagen und von dem parkenden Auto vorn hätte er noch gerne die Rückspiegel gesehen. Ja, aber... Den kriegt er. Den kriegt er, ich hatte heute Geburtstag. Ja, den Rückspiegel kriegst du als Geburtstaggeschenk, Dietmar. Vom Wincy. Ist der Rückspiegel? Von Wincy with Love. Hängt vom Bier ab. Auf einem gewissen Bierlevel scheint alles zu spielen. Ja, wenn man Spiegeltrinker ist. Ja. Wer sagt das? Sagt er, er nahm einen Schluck. Er nahm einen... Du bist ein Schreiner. Ey, vielleicht sollten wir mal so einen Data-Deb-Atonstream machen, wo es nur Blödsinn gemacht wird. Ja, das ist... Wobei, wir nähern uns dem. Seitdem ich da bin, ist das Niveau gesunken, oder? Naja, also zumindest ist das Chips-Level... Ah, apropos. Ja, du musst noch ein bisschen rascheln. Ich glaube, die Leute nervt das extrem. Echt, nervt das? Ich schau, wie das ausschlagt, den du überraschest. Okay, tut mir leid. Das ist auch genau von meinem Busen-Mikrofon. Ich habe es nämlich genau zwischen... Jaja, du warst da mit einem Konzert, oder? Hat er jetzt geputleckt. Das ist auch so. Das ist echt... Boah... Das war zwar jetzt voll eine Kleinigkeit, aber das ist, finde ich, das Wichtigste, was ich in den vielen Jahren Nützwoch-Stream gelernt habe. Scheiß drauf, dann mache ich es halt noch einmal. Ja. Überhaupt kein Problem. Genau. Steuerung Z... Ja, Steuerung Z geht nicht, aber... Ich finde, dass uns aber beim Malen... Also, alle sind in dieser Steuerung Z gewohnt, aber ich finde beim Malen geht es genauso. Ja, man darf sich einfach nicht fürchten. Das ist das, was ich sagen will. Ich bin ja selber als jahrelanger Digitalarbeiter. Das ist das Wichtigste, ja? Dass man die Angst ablegt. Das ist... Ja, ich sehe auch manchmal die Ölfarbe wie so Ton, den man modellieren kann. Da kann man draufgeben, wegnehmen, draufgeben, wegnehmen und den Kopf an die Kamera hauen. Ja. Genau. Kann man noch... Ich lese mal vor. Judith Woe schreibt. Ebenfalls überwiesen. Großartig, der Stream. Sehr künstlich schreibt. Wienz ist im Flow. Ich bin ganz neidisch. Max Hotz schreibt. Ich finde es nur noch gut. Welch ein schöner Tag heute. Annett Bayer. Ich bin ja überhaupt kein Stadtmensch, aber das Bild ist der Hammer. Wienz und Du, man sollt echt extrem gut schlafen. Ich muss sagen, ich war sehr aufgeregt, weil ich ja nicht so ein ausgebuffter Medienprofi bin, wie ihr zwei. Aber... Aber... Oder so. Ich muss sagen, es macht Spaß. Oh, gut. Oh, ja. So, da haben wir doch noch was. Was ich die ganze Zeit mal überlegt habe, ist mal sowas zu machen mit einem Live-Modell. Ein Livestream mit einem Live-Modell. Nein. Aber nicht an einem ersten Mittwoch im Monat. Hast du schon mal Live gemacht? Das ist fürchterlich. Ganz kleinlaut. Hast du gehört? Karin Metze schreibt, das Bild ist genial. Neidwisch. Ich muss hier leider Chat vorlesen. Tut mir leid, ich hatte ja einen Job. Ich kann da nicht direkt mit plaudern. Neidwisch schreibt, ich finde es klasse, wie ihr hier zeigt, wie das Malen funktioniert. Ich selber male nicht. Nur mit einer App, die Vermillion heißt. Mit VA-Brille. Aber ich habe Lust bekommen, es mal auszuprobieren. Konstantin Sascha schreibt, Mega-Vinzenz, du machst das mega. Mega. Danke. Zweimal mega in einem Post. Mega-Vinzenz, das ist doppel-mega. Das ist doppel-mega. Das ist doppel-mega. Alexandra Nohles schreibt, sehr schön. Vielen Dank. Das ist schon cool, wie du das machst. Ey, du haust jetzt echt noch ein richtig amtliches Bild raus. Ja. Wahnsinn. Es ist echt gar nicht viel drin und du hast es echt gut hingekriegt. Ja. Und jetzt? Schon wieder mega. Ja, Moni schreibt, mir geht es genauso, Annett. Stadt- und Straßenszenen mag ich gar nicht, aber bei der Entstehung dieses Bildes zuzuschauen, ist schon mega. Yes. Das ist jetzt richtig urban. Da fühlt sich Wien ja fast an wie die Bronx-Personal. Ja, ja, das stimmt. Das ist nicht zu viel hier. Mega zu Quadrat. Warum? Achso, den Strich, den kapst du dann ein wenig. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ja. Cool. Ah. Ja, das ist schon super. Wood Spirit schreibt, beim Live-Modell wäre ich gern dabei, aber Wien ist schon eine Ecke weiter. Ja, Wood Spirit, wir brauchen eh ein Modell. Ja. Wood Spirit hat einen guten Schädel. Ich erfinde jetzt einfach noch so ein Kabel dazu. Warum? So halt. Du meinst, das ist... Nein, da bin ich noch mehr Perspektiven. Mhm. Alles gut. Geil. Lass mich einfach unsichern. Sehr künstlich. Also der Winz darf gelegentlich wiederkommen als Gastmaler. Aber das habt ihr zu bestimmen oder was? Sehr künstlich hat das bestimmt. Ah, okay. Eventuell wurde in den letzten Streams zu viel Mensch gemalt oder gezeichnet. So eine Situation wie diese hat schon was. Mhm. Wie spiel ist denn jetzt? Wahnsinn. Du malst jetzt zwei Stunden ungefähr. Halbe Stunde habt ihr gelabert? Ja, locker. Ich schau sie mal nach jetzt. Ja, ja. Schau mal nach. Kann ich anfangen nochmal nachschauen? Ich denke schon. Mhm. Da ist YouTube. Fingereck. Doch, das kann ich. Ja, das ist sicher. Oh. Ich mach mal den Ton aus. Na, mach den Ton aus. Oh. Ah. 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 Monika Neuwirth schreibt. Ich war jetzt die ganze Zeit still und hab dem Winz zugesehen. Einfach so schön. Ich liebe die 48er Bilder. Und Maxott schreibt, Schüller ist der Knüller. Ah. Ah. Naja. Ja, der Vinzenz darf bitte wiederkommen und ihr mal zusammen, während Ralf das moderiert. Können wir auch mal. Schreibt Horsummel. Horsummel schreibt es. Mhm. Cool. Es ist aber auch so saftige Malerei. Also die Farbe schaut halt einfach auf deinen Bildern immer so. Ein bisschen zu hell. So knusprig aus. So lecker. 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 Ziemlich gut. Schüller ist der Knüller. Solltest du auf deine Visitenkarte trunken lassen. Ja, wurscht. Ah. Du machst es dann noch knuspriger. Naja. Könnte man. auch noch knusprig machen. Natürlich könnte man sich noch um die Übergänge kümmern. Mhm. Aber gehst du dann mit dem Franzenpinsel dann nochmal drüber? Jetzt dann so zum Ende hin? Oder machst du das immer zwischendrin? Oder hast du das Gefühl, wenn du dann das alles zu verkrampft machst, dass du nochmal… Ja… Ja und ja. Also… Okay. Arnett Bayer schreibt, seid doch nur neidisch auf meinen grandiosen Dialekt. Klar, sind wir das. Ich hab das jetzt nicht im Dialekt vorgelegt. Also ich tue dann schon immer wieder so, ne? Ja. Keine Ahnung. Und dann komm ich halt manchmal drauf, das war jetzt doch zu viel. Und dann setzt du das nochmal drauf, ne? Ja, cool. Je nachdem. Also… Ja. Ja, ist ja super. Das hätte mir nicht gefallen. Ben schreibt, wie können die Farben so knallen? Das ist ja mega. Ist mega? Ist heute… Das schüllert so richtig im Auge. Und Himmelsscheibe Nebra… Entschuldige. Himmelsscheibe Nebra schreibt… Aber wenn du zurückgehen willst, musst du zu mir kommen. Ja, ja, ja. Der Lieferwagen hat etwas Metaphysisches. Er scheint sich in die Grundierung zu transzendieren, sozusagen die Ebene zu wechseln. Sich zu verlieren. Das könnte Absicht sein. Ja, ich bin zum Beispiel jetzt auch irgendwie zu faul, da diese rechte Seite da drauf zu malen, weil die ja irgendwie passt. Also, wenn ich das wirklich jetzt fertig malen würde, das Bild, dann würde ich das schon noch machen, aber… Konstantin Sascha schreibt… Alfonso und Lordnützel, ihr seid heute live mit einem Knüller. Wir danken dem Schüler. Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, also die Schwarmintelligenz ist manchmal echt kaum zu toppen. Ja, ja… Alfonso und Lordnütz… 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 Der Schwarm ist einfach echt ziemlich gut. Ich mach jetzt ja eine Screenshot… Mach das mal, ey. Unglaublich. Ja, aber interessant, wie du dann tatsächlich wirklich auch so das Bild jetzt echt zusammenbringst. Weil manchmal ist es auch nicht mal schlecht, wenn du so unter Druck bist. Also ich denke natürlich, wenn du nochmal drüber schaust, wirst du wahrscheinlich noch ein paar Sachen ändern oder so, aber… Ja, ja… Aber das gesamte Gefüge, also als Bild funktioniert es und wenn du jetzt jetzt zum Beispiel sagen willst, ja, das ist jetzt halt einfach ein Schnellschuss, ist das voll gut. Ja, also es funktioniert im Grunde schon. Ja. Und alles, was du jetzt reingibst, also für mich ist es dann auch immer so eine Sache, ich weiß nicht, wie es dir geht oder so, aber ich frage mich dann während des Malens, ob das, was ich jetzt noch dazu gebe, wirklich notwendig ist. Ja. Ne? Oder ob das das dann irgendwie schwächt und das ist auch das Ding, dass man dann zu viele Details reinmacht und die muss man dann wieder mit dem, wie heißt dein Pinsel, wie haben wir den vorhin genannt? Fransenpinsel. 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 Uh. Oder mit der Spastel, kann man auch ganz gut zerstören, ja. Also, ich habe jetzt nur gedacht, ich will das Auto doch noch ein bisschen definieren hier. Ja. Wie mache ich das? Christian Coera schreibt, bitte mehr Dialekt in der bildenden Kunst. Ben schreibt, er hat gerade erst jetzt eingeschaltet, aber hat das Bild irgendeine farbliche Grundierung drunter? Ja, hat's, spult zurück, schaut den Anfang an. Genau. Wenn wir fertig sind. Wenn wir fertig sind. Ja. Annett Bayer fragt, wie es mit dem Wahlwochenende in Wien ausschaut. Ich glaube ganz gut, ich habe irgendwie die Vermutung, dass ich bald eine Nachricht bekommen werde, wo sich das dann konkretisieren könnte, unter Umständen. Meistersinger schreibt, ich würde Jahre brauchen. Und Sekunstel schreibt, du hast davon gesprochen, dass du meist drei Sitzungen an einem Bild hast. Wie unterscheidet sich also deine normale Vorgehensweise von einem Schnellschuss heute? Das geht an, Vince. Naja, schon, dass ich noch mehr ins Detail, also schon, dass ich halt noch mehr ins Detail gehe. Wenn du das im Kleinen anschaust, das ist verrückt. Mhm. Das ist echt verrückt. Mhm. Das muss man, Vince, schau das mal bitte an, auf dem Bildschirm wieder. Na, es geht eigentlich, ja. Es schaut eigentlich nicht anders aus, als das Große, das ich gemacht habe. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Na, so ein ähnliches, ja, ja. Wie ist es, hast du einen Tracker an die 48er Wagen dran gemacht, dass du die immer erwischt, wenn die unterwegs sind? Die sind die ganze Zeit überall unterwegs. Fahr mal mit dem Auto durch Wien, zum Beispiel bei deiner Tiefgaragenausfahrt raus, garantiert steht einmal die Woche da quer ein 48er. Maxott schreibt, das Malwochenende in Wien wäre traumhaft. Ja, finde ich auch. Ja. Und Meistersinger fragt, ihr werdet fertig? Fragezeichen. Uli Geiger schreibt, Effektpinsel oder auch Vario-Tipppinsel. Vario-Tipp. Ja, es gibt leider den konkreten nicht mehr, von Raphael, den ich da habe, den ich sehr liebe. Zwei habe ich noch. Es gibt aber ähnliche, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich... Da ist alles weg. Es ist Vario-Tipp, der Bruder von Mario-Tipp. Ist das der Vario-Tipp? Das war der Vario-Tipp, ne? Das ist ein Raphael Soft-Acryl... Ja, wirklich. Wenn es aber irgendwie... Also wenn jemand von euch den noch bekommt, dann kaufe ich sofort drei. Du musst es halt antiquarisch besorgen. Na, ich habe noch eine Geschenke. Gebraucht. Von einer guten Freundin, die sich den damals auch gekauft hat. Ah, da gibt es jetzt nichts noch einmal. Aber eigentlich würde ich jetzt langsam... Jo. Echt? Das würde es langsam. Also... Gehen wir nächste Woche zum Jo. Das Einzige, was mir noch fehlen würde, wäre, dass das... Das Miskübel-Auto irgendwie ein bisschen steht, oder? Dass das so ein bisschen... Das hat er jetzt wieder weggemacht. Ja, stimmt. Okay. Das heißt, dass durch die Dunkelheit... Ja, das machen wir auch. Ja, gut, gut, gut. Also das... Das wäre mir ein Anliegen. Aber... Ein Anliegen. Ja. Das wäre mir ein Anliegen. Ein Anliegen ist... Ein Anliegen ist der Anfang einer Befindlichkeit. Also das ist noch weniger als... Echt? Echt? Von einer Befindlichkeit. Ja, ja. Wow. Gina MM fragt, hat er schon ein bestimmtes Wochenende in Planung? Nein, noch nicht. Aber... Hold your horses. Es wird kommen. Und es wird großartig. Yes. Und es wird noch dieses Jahr sein. Yes. Aber das Jahr ist ja noch jung. Es ist erst dann nicht einmal ein Zwölftel vorbei. Ich werde nämlich... Das können wir echt mal machen. Ich werde mal auf YouTube eine Umfrage starten wegen des Monats. Also jetzt schauen wir mal, ob wir überhaupt irgendwie eine Art von Location irgendwie mal aufstellen können. Das Hotel Regina. Da waren wir doch schon mal. Ey, apropos Hotel Regina. Ich war... Hab ich schon erwähnt, dass ich bei den Resonanzen bin und echt fast jeden Abend irgendwie im Konzerthaus bin? Hab ich mir gesagt, ne? Na, noch überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall am Sonntag sind wir rausgekommen und wollten was trinken gehen. Dann sind wir ins Museumsquartier gekommen und dann haben alle Lokale um 10 Uhr zugemacht. Mhm. Wie... Weißt du das? Oh, der Nüssel kommt. Mach mal zu. Ja, okay. Aber dass die Lokale mittlerweile alle so früh dicht machen... Also... Welche Lokale? Ey, im Museumsquartier haben alle dicht gehabt. Im Museumsquartier? Ja. Oh, gute Frage von Maxott. Noch eine technische Frage. Wie lange wird denn das Gemälde mit Mohnöl zum Trocknen dauern? Je nachdem, ob Sommer oder Winter ist... So... Je nach Farbe... So ein paar Tage. Also bis zu einer Woche oder zwei Wochen. Kommt drauf an. Oft geht es mir zu schnell. Weil wenn ich dann zum Beispiel jetzt zwei Tage in einem Bild male und dann, keine Ahnung, dann komme ich vielleicht nicht dazu, weiterzuarbeiten. Zwei Tage. Mhm. Und dann fangt es manchmal schon an, dass manche zu klebrig werden. Und du hast es aber lieber dann nasse nasse malen, oder? Ja. 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 Ich glaube, das war eindeutig. Yes, Sir. Das war sehr eindeutig. Yes, Sir. I hate Lee Queen. Kann ich dazu noch sagen. Okay. Da sieht man, wie unterschiedlich die Menschen so gestrickt sind. Ja, gell. Oder wie eine Freundin von mir sagt, it takes all sorts to make a world. Ne? Nightwish schreibt, ich finde es Wahnsinn, wie bei den Autos die Lichter hinten rausleuchten. Diese Farben. Wie Magie. Es sieht aus, als würden sie wirklich leuchten. Echt klasse. Auch alles andere bei dem Gemälde. Ja. Danke. Und Himmelscheibe Nebra fragt, sie kativiert ihr Mohnöl. Ich würde jetzt mal sagen, ne. Das ist das ganz normale vom Krämer, oder? Oder was für ein Modell? Ich verwende es vom Krämer in München. Das importiere ich. Weil es besonders günstig ist. Es kostet 15 Euro ein Liter. Ja. Und kann man damit kochen auch? Keine Ahnung. Habe ich auch nicht probiert. Okay. Machst du jetzt gerade eine Pause? Ja. Machen wir auf Nummer 1. Stefan sieht sich gerne aus. Ich mach jetzt einmal... Ist das jetzt Wasser, oder? Ich bin sowieso im Dunkeln. Ja. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, oder so. Ja. Wobei die Leute eh Fragen stellen die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Ja, ja. Wir können jetzt noch entspannter plauschen. Ich bin mittlerweile komplett angesuddelt. Ich habe meine Schuhe leider angemalt. Oh nein! Oh! Ja. Ja. Und falls jemand ein neues Paar Designer super extrem... Oh! Die waren richtig teuer, gell? Oh, leck! Ich habe mir schon ein Paar versaut. Wie ist denn da die Farbe hingekommen? Aber nicht hier. Ich habe den Windel in der Hand gehabt und habe... Keine Ahnung. Eine Ausdruckstanz. Wir haben alles gegeben, währenddem du nicht da warst. Wird es eine Faschings-Folge geben? Das ist es mir wert. Für den heutigen Abend. Für den heutigen Abend. Für den heutigen Abend. Für den heutigen Abend. Hast dein... Deine Gala-Uniform. Deine Sneakers geopfert. Ja. Aber du arbeitest immer mit dem Schürzerl, oder? Eigentlich ja. Ja, okay. Das ist schon ganz speckig. Ja, das schaut schon aus wie... Keine Ahnung. Hätte jemand damit gemalt? Wie eine Ausseher Lederhose. Oder eine bayerische. Seit wann malst du Vinzenz? Fragt Arnett Bayer. Also in der Form intensiv seit ein paar Jahren. Und ich habe aber natürlich auch meine Illustratoren-Tätigkeit die ja 25 Jahre war. Ja, kann ich da sicher mit reinnehmen als Erfahrung. Und ich habe davor auch schon gemalt. Aber halt... Das kann man eher als jugendliche sünden. Malen ist nie eine Sünde. In surrealistische Phase mehr sage ich jetzt nicht. Aber ich habe auch keinen Plan gehabt, wie man wirklich ein Ölbild und à la prima. Das habe ich alles nicht gewusst. Also da hat mir dann der Stefan vermittelt, wie das geht eigentlich. Danke. Bitte, Schatzi. Promance. Wie bekommt man die Farben so knallig auf die Leinwand, ohne dass sie sich mit der Farbe da runter mischt? Fragt Ben. Entweder dick auf den Pinsel drauf geben, oder mit der Spachtel drauf drücken. Also einfach drüber legen, ne? Drüber. Mhm. Also viel Nutella-Brote schmieren. Man muss entschlossen sein. Ja, genau. Also man muss... Aber tatsächlich, also muss ich noch dazu bringen, am Malgerät, egal ob es der Pinsel oder die Malspachtel ist, muss mehr Farbe sein als auf der Oberfläche. Ja. Das ist der Schlüssel. Wenn auf der Oberfläche das so dick ist und man will da was ändern, dann geht es nicht mit wenig Farbe am Pinsel oder an der Malspachtel. Das heißt, es muss immer sukzessive dicker sein als das, was auf der Oberfläche ist. Und dann kann man es aber auch relativ, wie wenn man es eben so leicht abstreicht. Und das Interessante ist ja, dass die Malspachtel ist an sich ja ein sehr sperriges Metallplatte. Aber durch dieses flache Abdrücken, also ich würde sagen, fangt einfach mit dem Nutella-Broten an. Nutella-Brote schmieren und schauen, dass man das dann so gleichmäßig macht und dann wieder was drauf geben. Dann Marmelade drauf, dann wieder Nutella, Marmelade und so. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist immer das Problem, die Glaubensfrage, ob man unter der Nutella eine Butter hat oder nicht. Meine Cousine hat immer Gelbwurst auf die Nutella-Brote gegeben. Gelbwurst? Ja, das ist sowas in Deutschland wie bei euch die Extrawurst. Wenn du als kleines Kind in den Metzger gehst und sagst, magst du Extrawurst? Das war dann bei uns, magst du Gelbwurst? Und dann hast du es dann gekriegt. Gelbwurst, das klingt irgendwie so nach. Dirk König, Winz, bist du jetzt erschöpft oder aufgepumpt? Ich bin beides. Also ich bin schon ein bisschen erschöpft, muss ich sagen. Es war schon so. Irgendwas habe ich gemacht. Gleichzeitig bin ich jetzt schon so. Ich könnte hinlegen und schlafen mich jetzt nicht. Ich spekuliere eher damit, dass du mir dann noch einen Drink machst. Ja, ja, na bitte sehr gerne. Aber du hast noch, oder? Ja. Ja, ja, ja. Das wird sich bald erinnern. Ja, ja. Himmelscheibe, mit unsikativiertem Crema-Mohnöl reibe ich auch helle Pigmente an. Ich experimentiere aber erst seit einigen Monaten damit und freue mich, dass ihr das Thema angesprochen habt. Gut. Wann waren deine ersten Schritte beim Malen und mit welchem Malmittel hast du angefangen? fragt Konstantin Sascha. Das Malmittel war Bier? Ja. Oder der weiße Spritzer? Meine ersten Schritte beim Malen waren mit 15, 16. Und habe mir halt ein Malmittel gekauft, damals im Geschäft, wo Malmittel drauf gestanden ist. Wo Malmittel drauf gestanden ist. Ja, genau. Und dann, okay, dann Cut, dann war ich Illustrator und habe auf Computern gearbeitet und so weiter. Und dann Malerleben 2.0 mit dem Stefan habe ich zuerst eine Standortmüchung ausprobiert. Mhm. Und also dieses Standöl mit Gelisol vermischt. Und das trocknet mir aber ein bisschen zu schnell. Und dann habe ich mir, keine Ahnung, dann habe ich irgendwo mal gelesen, dass Monoöl langsam trocknet. Und dann habe ich Monoöl probiert. Und bin da eigentlich ganz happy damit. Da möchte ich echt was dazu sagen, weil das nämlich echt wirklich echt das super gutes Beispiel ist. Das ist einfach so. Selbst wenn ihr jetzt irgendwie der Meinung seid, ihr steht jetzt auf irgendeinen Lehrer und ihr findet ihn jetzt genial, was er euch sagt, ist es trotzdem so, dass ihr selber rausfinden müsst, ob was für euch funktioniert oder nicht. Das ist total wichtig. Man kann das als Ausgangspunkt nehmen, aber das ist jetzt nicht das Letztendliche. Weil oft ist es so, also entweder man geht zu ganz vielen verschiedenen Lehrern, ist man völlig verwirrt. das heißt, du gehst dann zu dem, der Walter zum Beispiel, der Walter Strobel, der sagt dann ja nur Grautöne und nur als Siena und Ultramarienblau. Ich sage halt nur die kleinlichen Farben, womit der Ralf überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Also das ist so. Und das Wichtige ist, dass man eben dann sagt, okay, das ist der Ausgangspunkt, den nehme ich. Und dann stelle ich fest, na, irgendwas passt nicht für mich. Und dann muss man das adaptieren auf sich selber. Genau. Und das finde ich ist ein super Beispiel. Man muss überall das mitnehmen, was man für einen, was einen selber weiterbringt. Naja, oder wenn du dann jetzt auch... Auch vom Andrew habe ich Sachen, habe ich einiges mitgenommen. Genau. Weniger, also in eine andere Richtung viel. Ja. Und dann, und das alles mit deiner, mit deiner eigenen Persönlichkeit hineingemischt, macht dann halt deine Arbeit aus. Naja und ich meine, ich glaube auch, das ist ja auch, finde ich, ich möchte jetzt irgendwie, ich habe jetzt irgendwie heute ein Video vorbereitet, wo es darum geht sozusagen, wie man das malen lernt. Das ist lustig, das ist jetzt echt wirklich das Thema, weil das jetzt angesprochen wurde. Ja. Und letztendlich läuft es dann darauf raus, bei all dem Technischen geht es ja auch darum, dass du ein Thema hast, das dich einfach fesselt, wo du dran bleibst. Ja. Und das ist ja auch so, dass es von jedem total unterschiedlich ist. Also das ist so. Ja klar. Und das ist auch was Persönliches. Letztendlich muss man aber auch an dem Thema arbeiten. Also besser gesagt, man muss an seinem Thema arbeiten und an seiner künstlerischen Aussage. Na? Also das ist halt einfach so, weißt du, du hast wahrscheinlich das erste Mal irgendwie die 48er gemalt und denkst, hm, ganz cool. Und irgendwie war das dann, ist dann plötzlich so ein roter Faden durchgegangen. Das heißt aber nicht, dass du, dass jedes Bild, das du machst, äh, 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 äh. Ja, genau. Aber es ist einfach so, dass dann, dass dann einfach so sich so parallel, das sind so die Reflexionen sehe ich dann so, was sehr atmosphärisch ist natürlich dann auch so, bestimmte Lichtsituationen, aber auch dann dieses Urbane, ob du da jetzt Wien nimmst oder Skopje oder München, ist dann so das Ding, dass das dann aber trotzdem so eine Sache ist, dass da... Ja, also so eine Grundidee ist schon drinnen, eine Grundrichtung, und... Aber es ist auch sehr viel, äh, ja, das klingt, das klingt jetzt wenig, äh, es klingt jetzt wenig hochtrabend und banal, aber es ist auch sehr viel, ich mal halt auch, auf was ich Bock hab, ja, ganz einfach. Ja, genau. So kann man es auch ausdrücken. Ja. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Illustration und richtiger Malerei, oder? Genau, genau. Als Illustrator malst du so gut wie nie, auf was du Bock hast, und, und was jetzt auch schrecklich klingt, ist es nicht. Dienstleister zu sein hat auch was, ja? Also wenn jetzt jetzt jemand zu dir kommt und sagt, mach mir das, ich stell mir das genauso vor, und du machst das, und du gibst dir Mühe, und es wird tatsächlich vielleicht, genauso wie der sich das wünscht, und der ist dann glücklich, und gibt dir auch noch Geld dafür, ist das auch eine Art Befriedigung. Ja, das kann schon auch was. Also es ist jetzt nicht nur, meine Arbeit in der, als Dienstleister in der Werbung war jetzt nicht nur furchtbar, sondern es war schon ganz okay. Aber es hat trotzdem eine andere Qualität, wenn man sein eigenes Zeug macht. Ja. Aber ich als Dienstleister, mach dir jetzt noch eine... Ah, warte kurz. Ja, bitte. Ich würde jetzt... Ja, da müssen wir kurz bremsen. Ich kriege jetzt nichts mehr, oder was? Nein, der Punkt ist sozusagen, wir sind jetzt vier Minuten, sechs Minuten vor drei Stunden, und ich würde sagen, wir läuten jetzt mal langsam so das Ende ein, oder? Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du an deinem Bild... Genau. Du kannst jetzt sagen, Ja, also im Grunde steht das Bild da. Es ist... Genau. Wie es sein soll. Ich würde jetzt natürlich, wenn ich jetzt sage, jetzt mache ich ein fertiges Bild raus, würde ich doch noch ins Detail gehen. Ja, würde vielleicht ein paar Fehler, ein paar Details, die ich als Fehler sehe, korrigieren, wenn etwas zu dunkel, wenn etwas zu hell ist. Würde in der Zeichnung vielleicht noch, keine Ahnung, würde vielleicht noch eine Perspektive korrigieren. Mhm. Würde tatsächlich beim Müllauto und beim Müllmann doch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil das ist die Story. Aber das ist jetzt auch so zum Beispiel, das Bild wird jetzt morgen nicht trocken sein, das heißt, du kannst jetzt ganz locker... Genau. Ich würde jetzt, wäre ich jetzt zu Hause in meinem Atelier, würde ich alles liegen lassen, ich würde nicht einmal die Pinseln auswaschen, ich würde jetzt einfach, ich würde jetzt einfach auf einen, auf einen Sprit, auf einen Sprit, auf einen Sprit. Auf einen Sprit. Also auf eine Weißweinschorle an alle deutschen Zuschauer. Das ist aber voll nett von dir. Und das wär's. Und würde dann am nächsten Tag wieder kommen und weiter tun. Und müsste mir erst eigentlich so, mit dem Monoöl und so, müsste ich mir erst dann so ab dem dritten Tag fange ich dann langsam an, mir Sorgen zu machen. So, geht's bei den Pinseln gut? Geht's dir gut? Fangt schon. Schiffel, weißen Spritzer. Mir gibt's... Genau. Also morgen würde ich doch nicht kommen ins Atelier. Falls man im Öl ist... Was oben rechts? Hier. Diesen hier. Ja, diesen hier. Okay. Über unseren dunklen Pullover passt das natürlich so. Genau, vier Minuten haben wir noch. Vier bebrillte... Genau. Vier Augen, sozusagen. Stimmt, wir haben echt alle... Extra, extra habe ich mir vom Christkind eine Brille gewünschen. Okay. Ja, aber es ist... Ach, deine Haare sind einfach wieder so fluffig. Schau mal Raffronzo an. Wahnsinn, ne? Ja, klar. Wir sind jetzt gerade mal ein bisschen von uns eingeladen. Ja, definitiv. Gut gemacht. Christian Cuera, schau zuerst mal zu. Oh, erst mal zu. Und hab nicht mal Spritzwein getrunken. Ja. Also du hast uns nicht schön... Also das nicht schön und gut trinken. Ah, Peter K., Super-Stream heute, danke. Also, dankeschön. Danke für diesen beeindruckenden Abend. Meistersinger, meine Wahrnehmung als Sammler... Oh, weg... Machen wir mal. Okay, ja. Meine Wahrnehmung als Sammler und Beobachter ist, dass es vielen, die gut malen können, einfach an eigenen Themen fehlt. Echt? Das ist interessant, dass du das sagst, aber das können wir mal ausdiskutieren. Man und Black. Man und Black. Yes, folks! Super-Stream heute, danke. Damit meint er mein Bild, oder was? Achso. Ne, ne, ne. Das ist Man and Orange. Ja, genau. Das ist... Little Orange. Was kannst du denn machen? Äh... Jetzt schon? Nein, du kannst doch nicht auf Stream beenden, du musst abmoderieren. Achso, ich muss abmoderieren. Gute Nacht. Nein, ähm... Schön, dass... Bedanken. Schön, dass ihr alle da wart. Schreibt es noch einmal schnell dem Vincent hinein, wie toll es war, dass er da war. Ja, für mich auch. Ich bedanke mich für die Einladung, das hat mir sehr gut gefallen. Es war wirklich beeindruckend zuzuschauen, also erstens einmal mitzuleiden, das erste Mal irgendwie live im Stream. Mitzuleiden. Wenn man das erste Mal live im Stream ist, man weiß ja davor nicht, wie es ist und so. Das ist natürlich irgendwie sehr aufregend. Ja, stimmt. Ich bin auch sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ich kann mich erinnern, wie es das erste Mal geheißen hat, wie ich da malen muss. Muss? Wobei zum Unterschied von dir lerne ich sehr erst. Aber, 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 also, ich finde, das hast du super gemacht. Vielen lieben Dank. Gerne. Vielen Dank euch. Auch, dass du viel von deinem Wissen und deiner Technik irgendwie geteilt hast. Sehr gerne. Und, ähm, vielen Dank für den Stream, gute Nacht, danke für das schöne Geschenk. Vielen Dank allen, die zugeschaut haben. Danke, dass wir sehr beeindruckend sind. Und danke für die vielen netten Kommentare. Danke, dass wir sehr beeindruckend sind. Vince, komm wieder. Schreib dir, König. Also wirklich. Komm bald wieder. Komm bald wieder. Komm bald wieder. Ins Haus. Das muss man, der muss jetzt. Nightwish ist auch zum ersten Mal da, aber wird bestimmt wiederkommen. Super. Super Nightwish. Chivara schreibt, der wird mir die Spachtel einsetzen. Ja, ja. Oh, der Diebmann, danke für das schöne Geschenk. Auch sehr nett. Maxott, super war es. Ja, ja. Ja. Also. Ich empfehle euch die Rombische Spachtel. Die Rombische. Die Rombische. Die Rombische Spachtel. Nicht die abgerundete. Warum? Und das war... Na, so halt. Also ja. Ach, die abgerundete. Es gibt Glaubenssätze, die nicht das begrenzt werden. Die ist cooler. Das ist ein Naturgesetzen. Ja, das war das... Ja, lieber Stefan, danke dir fürs Chips-Essen. Also im Rahmen des Chats bedanke ich mich extra nochmal bei dir, dass du Chips gegessen hast. Gerne. Das heißt, du bist wirklich wie ein Künstler. Was? Magst du noch irgendwas sagen? Magst du noch irgendwas sagen? Nein, so dass ich mich... Ja, bedankt habe ich mich schon. Ja, ja, ja. Das war eine tolle Sache für mich. Fetoblack. Vielen Dank. Mag ich noch was sagen? Fetoblack musst du drücken, das drücke ich nie. Okay. Achtung, die Pinsel sind... Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, sag dein letztes Wort. Gute Nacht. Ja. Das war mal. Ja. Ja, ich weiß, ich weiß.